Oh, einen wunderschönen guten, ja, Abend kann man eigentlich schon sagen. Liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Lass mich mal beschauen. Wir machen heute nicht so lange, wie es im Titel steht. Zumindest ist das der Plan. Wird gerne gegen 10 oder so aus mehr P raus. Ich muss mal wieder so früh hoch, ich hab so keinen Bock da drauf. Ich ehrlich mit euch, ey. So, wir haben gestern bei der L... Jetzt kommt mir noch nicht drauf klar. Gestern war das LST-Event. Da hab ich nicht gestreamt, weil, wie ich angenommen habe, waren sehr viele Leute da. Es war sehr ressourcenfressend. Und ich glaube, der Stream hätte einfach meinen PC gekillt. Aber wir haben was gewonnen. Und zwar einen der Hauptpreise. Nicht das Auto, leider. Aber wir haben den Roller gewonnen. So eine glatte Kiste einfach. Ich komm immer noch nicht drauf klar. Jetzt wurde ich aus dem Gruppenchat entfernt. Okay, wild. Gehört Observer in dem Zachspenden für die Fahrzeugflotte an. Wann wurde ich rausgeschmissen? 19.10... äh, 17.10. Ist ja wild. Ich brauch fritten. Ich brauch heiße fritten. Hilfe. Ich bin bei dir kaputt, ey. Ey. Ich will nicht. Na, alles gut bei dir? Ja, bei dir. Ja, so weit. Oh mein Gott, ey. Ähm. Ja? Ich hab gehört, dass der Observer Sachspenden für die Fahrzeugflotte annimmt. Äh, immer. Weißt du doch? Mhm. Der Winston hat mir direkt mal geschrieben hier. Ja. War doch klar, oder? Mhm. Bist du noch im Observer-Chat drin? Äh, ich glaub schon, ja. Warum? Ja, mich hat man rausgeschmissen. Okay. 17.10. Ne, musst du ihn fragen. Ne, ich wollte deswegen nachfragen, ob du noch drin bist. Aber ja. Hallo, ich bin Chef-Organizer. Natürlich. Sonst krieg ich ja gar nichts von seinen Terminen mit, weil er mir ja nie was sagt. Ja. Ja. Na dann. Kannst du dir aber nicht sagen, dann musst du ihn fragen. Er ist Chef, wie ich. Weiß nicht immer alles, was er treibt? Nicht. Ach, Mensch. Ja, nee. Ich dachte, wenn ich mit Winston mal sprechen will, muss ich erst mal so fünf Wochen vorher einen Termin bei dir anfragen. Und dann, ähm... Heute sieht's ganz gut aus. Also heute hat er tatsächlich Zeit. Er ist zwar gerade, äh, das Wetter am Aufnehmen, aber danach hat er bestimmt Zeit. Ach, alles gut. Oh, Cyprus sucht mich. Weil die suchen Models. Cyprus sucht dich? Oh Gott. Die soll mal lieber ihre Scheiß-Sache ausliefern, anstatt, äh, irgendwelche Models zu suchen. Gehen mit denen, ey. Keine Ahnung, was mit denen ist. Absolut keine Ahnung. Kann ich dir nicht beantworten. Seit irgendwie einer Woche warten wir auf Ware von denen. Und die suchen Models. Das ist ja toll. Hm. Wird ihre fucking Modenshow da haben. Nächste Woche, oder wann? Ja. Äh, habt ihr... Ach nee, es hat kein Los sonst weiter gewonnen von euch, ne? Weil ihr habt ja... Ich hab ja als letztes gekauft. Ja. Okay. Bein auch schon geworben. 100, 101, 110, 117, 118, 121, 122, 124. David, ich sag da nix zu. Also ganz ehrlich, ne? Es kommt mir irgendwie ein bisschen rigged vor. 352, 355, 356. 416, 419, 422, 423. 500, 506, äh, 505, 506, 512. Hm. Ich sag ja, ich halte mich dazu geschlossen. Aber hier noch viel besser. 100, 101, 110, 117, 118, 121, 122, 124, 134. Mhm. Da hat wohl jemand, äh, Bock auf ne 4 gehabt. Also dat, dat stinkt irgendwie. Ach, quatsch. David, dat stinkt doch nix. Ich, bitte dich. Luis Seniors hat die Wetterfeuersage schon draußen. Ja, Winston ist eben erst, äh, von seinem Video-Call weggekommen. Hatte der immer noch Call bis eben, oder wat? Die Nacht durchgecallt. Nee, die Nacht hat nur Spaß. Ja, das will ich gar nicht wissen, aber... Ja, dann frag doch nix. Ich hab auch nicht gefragt. Ich hab nur ge... Ja, du, doch. Du hast gefragt, aber die ganze Nacht, äh... Ja, da hätte doch nein gereicht. Mein Gott. Ja, du, doch, du weißt, wie ich bin. Ich hau direkt immer alles raus. Ja. Ja. Boah. Was ist das für ne geile Farbe, Alter? Nicht wo. Der Dominator GTX, der verkauft wird für 60.000. Das ist ne geile Farbe. Ich hab noch gar nicht angeguckt. Ich überspringe sowas immer, weil ich kauf mir eh kein Auto mehr. Ich hab jetzt zwei Autos, das reicht. Mhm. Ich heiße ja nicht Winston Riggs, der den ganzen Fuhrpark hat. Mhm. Und jeden Tag auslosen muss, mit welchem Auto er fährt. Und dann meins nimmt. Ja. Ja. Der wär jetzt einen Roller. Ja, du hast ja jetzt einen Roller, genau. Boah, ich bin den vorhin gefahren, der, der... Der knattert so richtig. Ja, lass dich damit bitte nicht überfahren, ja. Rollerfahrer werden schnell übersehen. Ja, ich weiß. Ich glaub, bei dem werde ich, also, ne? Ich glaub, die Leute, die denken sich auch so, ja komm. Der hat's nötig. Der hat's nötig. Wow. Wow, wow, wow. Ja. Da arbeite ich den schon. Ich glaub, ich bin einfach, ich, ich glaub, ich bin einfach rausgeschmissen worden, weil ich das mit, äh, Barry Anderson angesprochen hab. Ach so, ja gut, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, das musst du ihn fragen. David, das kann ich dir nicht beantworten. Ja, alles gut. Keine Venture-Mail. Ja, nice. Sechs Benachrichtigungen. Oh, was hat denn die Haufen und was hat zugemacht? Mann, lass dann das dran. Sie hat geöffnet, hat geschlossen. Ist den Telefon nicht erreichbar, hat geöffnet, hat geschlossen. Wow. So, ich muss heute Identity nochmal bestellen. Äh. Ja, bestell, solange du noch kannst, ne? Ja, nur noch bis heute. Bis heute nur, ne? Mhm. Wann machen die zu? 23. oder so? Ja, irgendwie so. Mhm. Ja, Mensch. Aber ich mein, so gut geht das jetzt auch nicht, äh. Hab ich schon bestellt, hab ich schon bestellt. Hab ich auch schon bestellt. Boah und gestell. Ach, ja. Und du hüpfst jetzt in den Dienst, oder was? Hm, weiß ich nicht. seine langjährige persönliche freundin was macht also also verstehe ich warum das wort persönlich da drin steht aber okay ich glaube ja ich gehe mal davon aus ja ja wenn du die klamotten christ schön die neue collection ist das natürlich nice wenn du geld dafür kriegst auch nice am 24. kurz center kann man da von einfach zugucken einfach richtig stumpf einfach so eine modenshow ich sehe schon leute kommen irgendwie keine art komplett in alufolie eingewickelt oder so kann auch lustig sein da verkauft jemand acht bmx räder in den farben schwarz rosa türkis rot gelb und hellblau was ist denn falsch mit den leuten warum haben die achten also das ist bei den jettys glaube ich preis für ein bmx beläuft sich auf 350 dollar einfach alles kaufen besser nicht der herr mc brandon hat wieder fotos hochgeladen was wird denn das wetter warum wird das so kalt guckst du jetzt bei riesen news oder was ja oh ja schön 16 bis 23 Grad. Sehr angenehm. Sehr scheiße. Natürlich hier wieder Outfit der Woche von Tricks Empire. Ja, mega. Ja, die heute zumachen. Was? Wurden nicht gestern Gutscheine von Tricks Empire verlost ohne Ende? Ja, aber ich glaube, die machen heute zu oder Ende des Monats oder so. Oh, überleg mal, du hast gestern einen Gutschein gewonnen, siehst das heute, holst das heute ab und heute Abend machen die zu. Ja. Das wäre ja einfach mal der übelste Scam. Ja. Aber nice. Ich hätte gewonnen haben, so eine, ja, Edgy Batch, sorry, aber nö. Edgy Batch. Ja. Ist doch so. Ja, gut. Brodinger schließt auch. Ja, entweder wissen die alle nicht, was ihre Lizenz ist, und... Unsere Filiale in Rockford Hills schließt. 25% Rabatt. Hä? Also, entweder haben die sich verschrieben, oder auf der Grafik steht einfach 20% und im Text 25%. Ja, die hatten... Vielleicht hatten die erst 20% und haben keine neue Grafik gemacht und machen jetzt 1% auf 25%. I don't know. Wenn weg, dann weg. Ja. War da letztens nochmal... Nö. Das, was ich schön finde von denen, das habe ich schon. Was nicht, was findest du schon? Hä? Ja, ich habe da dieses eine Kleid mit den Schlagringen drauf. Das ist auch von Brodinger. Aha. Hm? Das habe ich aber damals gekriegt. Da war das noch gar nicht im Laden. Da habe ich das schon gekriegt. Und dafür ist die Trolla dann mit meinem damaligen Freund in die Kiste gesprungen. Also, ja. Ach, dafür hast du dann das Kleid bekommen? Nee. War das so ein Austauschding? Nee. Nachgang habe ich das erfahren, dass die mit ihm in die Kiste gesprungen ist. Öffentliche Ausschreibung von Prolabs und von Kroniogen. Kroniogen. Ja. Mach du doch mal Kroniowelen hier. Ich? Ja. Kann ich einmal die Woche überfallen werden? Nee, lass mal. Kannst du ja ein kompetentes Sicherheitsunternehmen an die Seite holen. Ja. Meriwether. Ja. Wo teilweise Läden überfallen werden, weil die da stehen. Ja gut, aber wer ist denn die Alternative? Lock and Load? Ja. Ja, Lock and Load sucht auch Leute. Kannst dich auch bewerben. Ja, ich stelle mir viel vor die Tür. Ey, Prometheus Media Group sucht auch Leute. Ja, mal gucken, wie lange noch. Ich habe gehört, in zwölf Tagen gibt es die nicht mehr. Ja, vielleicht sind ja die Lizenzen raus. Also, sie haben ja unsere Lizenz auch schon gekriegt. Oh. Lizenzverlängerung. Wäre auch wild gewesen, wenn nicht. Mit dem MD, ne? Nein, Spaß. Nö. Pst, trof. Ding, jeng, man. Ja, ich weiß. Interessiert mich denn das MD? MD hat Lizenzverlängerung bekommen. Wow. Ja. Das PD nicht. Wegen Kompetenz. Ja, Palito Bay Sheriff Office schließt leider. Ist, äh. Nein, nur Flachpfeifen da. Ja. War auch nicht so oft offen in letzter Zeit. Kauft denn hier so viele Blumen, ey. Ja, ich nicht. Ja, ich auch nicht. Kauft eher so absinnt. Haben wir nicht. Ja, Mensch. Total enttäuschend. Ever. Evergreen. Gloa Shop. Doch, das Lösungswort von dem, äh, Kreuzworträtsel. Von dem letzten, ja. Nee, von dem vorletzten. Das letzte haben wir noch nicht gemacht. Nee, das stimmt wohl. Komm, wahrscheinlich. Achso, nee, das war doch sowieso, dass da irgendwie Promietoist oder sowas rauskommt. Weil das mit Medien war. Wow. Ja, das... Wow. Ach nee, ich muss bald wieder einkaufen gehen, ey. Ich hab heute für uns den gekauft. Ja, für mich nicht. Das wollte übrigens gestern keiner meinen lossehen, ne? Echt nicht? Nö. Aber gut, die haben mich auch mit Namen aufgerufen, ne? Ich wollte grad sagen, die haben ja den Namen, also von der... Los 30, Los 31, Los 32. Ich glaub, ich mach alle Lose kaputt, außer das Gewinner los. Oh, willst du das aushängen? Ja. Häng ich mir übers Bett. Lies. Kannst du jeden Morgen drauf gucken und sagen, oh, ich hab dich gekauft und ich hab direkt gewonnen. Ja, klar. So, mein Ausweis ist übrigens ungültig von Lock and Load, ne? Hab ich schon erzählt, oder? Nee, hast du nicht erzählt. Nö, jetzt warst du's. Ja gut, war's, äh... Ist das verwunderlich? Nö. Aber du arbeitest doch noch da. Du bist doch noch eingestellt, oder nicht? Ich bin noch im RDP. Aber ich hab beim Kasa angegeben, dass ich nicht mal dort arbeite. Weil die haben mich angerufen und mir erstmal 20 Nebenjobs aufgezählt, die ich ja neben dem PD angeblich habe. So, da war sowas drin wie Identis sogar noch. Wo ich denen dann gesagt hab, nee, das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr und Lock and Load seit Anfang der Woche nicht mehr, oder so. Ja, Kasa halt, ne? Da muss man halt auch nicht viel zu sagen. Ja. Aber wenn die Firmen ihre Mitarbeiter halt nicht abmelden, dann, äh... Rufen die halt lieber die Leute selber an, das kann ich halt verstehen. Kasa melden. Ne, musst du nicht. Das machen nur die Unternehmen. Das läuft alles über einen Arbeitgeber mittlerweile. Äh, aber als ich im MD angefangen hab, haben die zu mir gesagt, ich soll denen Bescheid sagen, dass ich da jetzt arbeite. Wann hast du mit dem MD angefangen? Beim Monaten. Vor wie viel? Zwei. Vor zwei. Vor... Äh... Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass es umgestellt wurde, aber vielleicht liegt das auch daran, dass die halt vom Drugstore aus schreiben und das Kasa sonst vielleicht zu dumm ist, äh... und dir da irgendwie... irgendwas anderes mit berechnet, weißt du? Ich weiß nicht, kriegst du Transferleistung? Nein. Ja, guck mal. Vielleicht deswegen. Aber wenn ich Transferleistung kriege, dann werde ich schon reich. Ich hab heute wieder viereinhalb Stunden im MD verbracht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wären 200 Dollar gewesen. Ja, und? Ja, und? Aber wenn das jeden Tag ist? Ja, ist es aber nicht. Das weißt du genau. Einfach 1,50 für den Nudelsalat, ey. Wo bist du denn? Wenn du nur das Adente zumacht. Äh... In der Jing-Jang. In der Jing-Jang? Ich glaube, ich komme mal kurz vorbeigetuckert. Mit deinem Roller? Ja. Ja, kurz einmal hier. Oh nein. Ich bin ein bisschen umgeworfen. Du hast deine Roller umgeworfen. Ja, der ist so leicht, weißt du. So lasse ich nicht. Ich bin ein bisschen. Ähm. Der ist echt flott, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, was die Maximalgeschwindigkeit ist. Ich habe irgendwie Angst, das rauszufinden, aber es müssten mehr als 50 sein. Vielleicht fliegst du, ich höre dir, ich lache dich aus, wenn du mich irgendwann anrufst und sagst, ich lege mir die Rülle auf die Schnauze gelegt, fange ich leider an zu lachen. Komm doch mal raus. Hallo? Ja, da brauche ich aber so einen anderen Helm, ich kann ja nicht mit diesem schwarzen Motorradhelm drauf machen. Ne, so ein, so ein, so ein, so ein, wie heißen die denn? Weißt du welchen ich meine? Diese halben Helme da. Nehm die Hände runter. Was ist, ey, sag mal. Welche Farbe lässt du den lackieren, den Orange? Weiß ich noch nie, mal gucken. Aber wenn ich den Orange mache, sieht der halt aus wie von Paradise. Ey, okay, das ist halt scheiße. Vielleicht auch einfach mit nem Pearl-Effekt, weil es so richtig viel Geld für die Lackierung einfach ausgehen. Ey, die Lackierung mehr wäre das als das ganze Ding, ey. Ja, aber echt. Wahrscheinlich, äh, nicht schwierig. Mhm. Ich mein, kann ja nicht so teuer sein, so ein Ding zu lackieren, oder? Weiß ich nicht, also so viel Farbe kommt da nicht drauf. Ich hab noch Sprühfarbe zu Hause, wir können ja auch selber lackieren. Ja, ne. Sprüh damit mal bitte ans Observergebäude. Äh, nein, warum? Also hättest du jetzt gesagt Wieselnews? Ja, gut, okay. Hätt ich gesagt, ja, mach ich. Aber doch nicht doof. Selber. Oh, oder Sprüh ans MAPD. Aber sag kurz Bescheid, bevor du das machst. Warum? Weiß ich nicht. Damit du in den Dienst gehen kannst? Du wartest doch nur darauf, mich irgendwann mal festzunehmen, oder? Ja, und ich weiß, dass es passieren wird irgendwann. Nein. Doch. Und spätestens dann wird die Freundschaft wahrscheinlich auseinander gehen. Also es kommt drauf an, aus welchen Gründen du mich festnimmst. Ja, wahrscheinlich, weil du in Fluchtwagen gefahren bist, oder so. Oder was? Ich würde sowas niemals tun. Nee, nee, nee. Fluchtwagen. Nee, nee, nee. Gar nicht so deins. Fick dich, der stand mit dem Brancheisen vor mir. Was hätt ich denn nutzen sollen? Ja, rennen. Renn wohin? Ja, weg. Alter, David. In die Karre steigen und schnell abschließen. Ja. Der wollte auf mich eindreschen, dann hätte er wahrscheinlich auf mein Auto eingedroschen. Ja. Und? Ja, und? Besser als Fluchtwagenfahrerin zu spielen. Bin auch, ich hab mich an die Verkehrsregeln sogar gehalten danach, ja? Ja, das glaub ich dir sogar. Und das war ja auch schon wieder auffällig dann wahrscheinlich. Also, du hättest mich wahrscheinlich rausgezogen und gefragt, warum ich dich angehalten habe. Aber sowas von. Ich hätte dich sowas von rausgezogen, so, sag mal, was ist denn falsch mit dir? Warum hältst du denn überall? Ja, können Sie sich vorstellen, warum wir sie angehalten haben? Sie haben da vorne am Stoppschild gehalten. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Das wäre das perfekte SOS-Zeichen von mir. Ja. Ja. Ich seh dich schon. Jedes Mal, wenn du jetzt einen Streifenwagen siehst, hältst du auch überall an Stoppschildern und fährst genau 50. Das tue ich halt fast immer, wenn ich eine Kopfstreife sehe. Oh, fast wenn du die Streifen aber nicht siehst. Ja, so wie beim letzten Mal. Was? Nee. Wer hat nicht gesehen. Wenn du die einfach nicht siehst, weil die so undercover sind einfach. Ja, klar, weil die undercover Fahrzeuge von euch auch so undercover sind. Komm einfach. Oder einfach mit so einem Stealth-Haley hinter dir her. Du wirst die ganze Zeit so beobachtet aus der Luft einfach. Irgendwann auf einmal geht im Himmel nur so drei Suchscheinwerfer an. Alle auf dich gerichtet, so weißt du. Was ist denn? Da hast du richtig Bock drauf irgendwann auf den Tag, ne? Würde ich schon fühlen. Mhm. Weil ich genau weiß, dass Winston direkt die Kamera auspackt. Das würde er nicht machen. Das würde er nicht machen. Meinst du? Weiß ich. Meinst du, dem Moment würde der sich entgehen lassen? Er würde dir wahrscheinlich auf die Schnauze hauen, ja. Ja, aber ich bin ja nicht da in dem Moment. Das sagst du. Ja, weil ich sitze ja im Heli einfach. Ach so. Kann er mir ja nicht auf die Schnauze hauen. Winston würde noch nicht mal über die Yin-Yang berichten. Wenn die in die Luft fliegt, dann wahrscheinlich schon. Oh, wenn die abgebrannt ist, dann, ne? Na gut, dann darf er auch darüber berichten. Aber egal, was sonst hier ist, darüber berichtet er nicht. Sag mal, was habt ihr da eigentlich schon wieder für eine Kooperation da oben bei eurem Schild? Die ist schon lange da. Das fühlt mir jetzt gerade so an. Oh mein Gott, das ist ja schon ewig und drei Tage da. Ja, schön. Aber macht sich auch gut da auf dem Logo. Ich meine, da ist ja sowieso so viel Platz rechts. Ja, ja. Also, ne? Warum nicht? Interessiert das. Ich habe sogar Limon erlaubt, dass er das da dran sprühen darf. Also, mich würde nur interessieren, wie die das da dran gesprüht haben. Ähm. Sind die mit so einer Leiter gekommen oder haben die über Kopf? Speedo. Mit einem Speedo? Die sind auf den Speedo geklettert? Ist das denn nicht trotzdem ein bisschen hoch? Naja. Ne, das passt genau. Wenn du dich ein bisschen streckst. Passt genau, sagst du. Ja. Der Mensch. Der Marshall Service hat zugeguckt und fand das sehr amüsant. Na klar, dass der das amüsant fand. Arbeiten ja auch nur Flachpfeifen. Gut. Ich kenne drei Leute, die da arbeiten und alle drei sind eigentlich richtig arschlich. Ja, was erwartest du denn von welchen, die den ganzen Tag im Knast verbringen? Die waren schon Arschlöcher, bevor die den ganzen Tag im Knast verbracht haben. Zumindest zwei von denen. Wer sind diese zwei? Mason Donovan. Ehemalig bei Lock and Load gearbeitet. Und ein anderer, der heißt irgendwie Quinn mit Nachnamen, der arbeitet jetzt auch da. Zumindest war das der Grund, warum er ja ganz plötzlich kündigen musste. Okay, sagt mir jetzt nichts. Ja. Also Mason Donovan sagt mir irgendwas, aber... Keine Ahnung, hab ich jetzt kein Gesicht so. Ja, keine Ahnung. Naja. Was machst du heute noch so? Ich warte eigentlich darauf, dass Winston fertig ist. Mhm. Mhm. Und dann, keine Ahnung. Und du? Persönlich. Ich glaube, ich geh jetzt arbeiten. Hm. Ja, mach das. Hm. Dann weiß ich schon, was wir gleich machen werden. Was? Fluchtwagen spielen? Vielleicht. Boah ey, wenn... Ja. Wenn es zu einer Verfolgungsjagd kommt. Mit einem schwarzen Dubstar, ne? Der ist nicht schwarz. Nicht schwarz? Hast du den umlackiert? Nein, der ist schwarz mit lila Pearl. Aber der ist nicht schwarz. Ja. Also grün. Ähm. Ja. Manche Leute würden sagen, ein grünes Fahrzeug, ja. Oder einem grünen Tulip, ne? Mhm. Dann was? Ich rufe dich an. Einfach. Wenn du dann nicht ans Telefon gehst. Ja. Oder wenn du am Telefon bist und so übertrieben gestresst bist, ne? Ja. Ja. Dann rufe ich Gabi an. Und dann? Ja, dann überlasse ich dem das. Kannst ja sehen, was draus wird. Wie schnell Winstons Telefon dann klingelt. Ja, wahrscheinlich lass mich mit der Melone in Ruhe. Hm. Was willst du dem denn sagen? Jo. Äh. Emily Melone fährt grad, äh. Fährt grad in ihrem schwarz, äh. Gliedern im Tabster, äh. Für uns weg. Hm. Ich glaube, Winstons sitzt da auch drin. Was meinst du, wie schnell der einfach auf dem Dach klebt bei euch? Meinst du? Ja. Wahrscheinlich fahre ich. Oh ne, ich sag einfach, Winstons fährt. Und du reagierst nicht am Telefon. Oh. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. O mein Gott. Was meinst du, wie schnell der da? To doof. Was ich dir damit sagen will, bau keinen Scheiß. ist doch der nicht meine 2 tt dm ok weil ich das nachprüfen will weil ich wissen will ob der das wirklich ist alles gut alexander alexandro gonzález de luca vermutlich schon wieder oder bald in schwierigen verhältnissen drin wo er ursprünglich raus ist aber die brauchen den irgendwie wieder ok in welchen verhältnissen ja irgendeiner gang ja gut er kommt auch jeden tag einkaufen hier ja wenn man halt nur mit seinem mit seinem fahrrad also lebt auch weiß ich nicht aber freu dich doch dass der jeden tag wieder kommt und nicht einfach zum lohnermarket fährt du ich freu mich auch konto macht katschen konto macht katschen mhm schreib ich dir hier rein 19 warum ruft denn ich war dies brause nicht an ich vielleicht können die mich am arsch lecken wieso wann wollten die rufen normalerweise wenn man bei denen eine bestellung rausschickt kommt innerhalb von vielleicht ist da auch wer krank ach so ok entschuldigung alles liegt im bereich das mit oh nein nicht warum kommen denn jetzt alle hier hin wer ist das denn ja lst busfahrer der war gestern auch mit dabei und da gestern wurde wurde einfach der rasenmäher geklaut beim rasenmäher rennen nein es ist einfach einer mit einem pinken rasenmäher vom lst hof gebrettert und es hat keiner gerafft erst nicht dann sind halt alle hinterher und die autos meriwether ist mit dem streifenwagen hinterher und als sie dann mitgekriegt haben dass wohl da so ein paar mehr leute sind die hinter den her fahren haben die den rasenmäher stehen lassen und sind abgehauen ich verstehe es auch überhaupt nicht vor allem pinken ist ja jetzt nicht so dass du sagst hey da gibt es eine millionen von auf dieser insel ich bekomme voll also pass auf ich lese dir das vor es wurden wohl mehrere autos aufgeknackter ja wundert mich jetzt nicht bla 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 sie werden separat hierzu zeitnah vom los und das police department eine vorladung für ihre zeugen für ihre aussage erhalten sofern dies notwendig ist sollten sie weitere fragen haben melden sie sich gerne telefonisch bei uns für das los und das police department unter der 921 und für das blank county sheriff office unter der 920 mit freundlichen grüßen ihr los und das police department einfach mal bei ihnen was willst du denn da für eine aussage machen jo ich habe mein auto da abgestellt und dann waren wir auf der veranstaltung punkt haben sie was mitbekommen nein klar ich hab so ne dashcam einfach mal im auto drin weißt du nur bei tante mal anhauen oder so das rdp ist heute so langsam ist es zwei blumensträuße also ich finde das geht das geht echt schnell eigentlich also weiß nicht was du für probleme hast ich glaube dein handy ist einfach langsam weil du da so viele fotos drauf hast das kann halt wirklich sein ja auch schon wieder ihre bestellung bei cool beans sobald zu dieser benachrichtigung messer ihr speicherplatz ist voll das ist nicht mehr genügend speicher für sicherungen oder sowas verfügbar bitte nicht alles löschen was geht der mit ihm alter ja keine ahnung ich hab mich gestern schon über sowas aufgeregt den ganzen tag wenn ich da heute mit weiter machen dann weiß ich auch nicht what the fuck warum wohnen die ganzen leute hier warum fahren die denn überhaupt hier hin den könnt ihr auch einfach direkt da drüben parken weil die menschen faul sind darum weißt du doch mensch ist einfach ein faules stück scheiße ja überraschend schnurrbart for future op tour lasst euch für nur 40 dollar bei uns einen freshen schnurrbart oder unsere bezaubernde base pants machen und verwendet und spendet gleichzeitig für wohltätige zwecke 20 uhr stadtpark 20 uhr 30 del perro 21 uhr palito baypark platz quickies und 21 uhr 30 sandy schnurrbart ich wollte zu quickies heute haben die auch keine ahnung ich glaube ich lasse mir keine glatt zu schneiden also ich würde das vielleicht auch befürworten dass du keine glatze hast ich glaube du hättest so einen ziemlichen eierkopf wow okay ist ja gut ich sag ja nur der minach vereinbarung 300 dollar im zweitschlüssel rufen wir doch da später wann machen die denn auf öffnungszeiten montag mittwoch donnerstag und sonntag von 20 bis 23 uhr für den raisern zweitschlüssel ja ich bin nämlich auch findest du immer mein schlüssel von schlüsselanhänger abholen und so weissen die nägel kaputt und so richtig nervt deswegen zweitschlüssel wie lange braucht denn jetzt die kackbratze für seinen scheiß wetterbericht man vielleicht schreibt er noch text weiß ich schon nicht ich bin ja alles offen paarschule drugstore chicks chicken beathers china paradise outdoor ich glaube der hat gestern auch gewonnen Elias der hat wie so ein beserker der Lolli ist bestimmt boah das war ganz wild gestern ich glaube ich habe jetzt eine fahrerin für meinen roller eingetragen hä was ne der Typ vom Karser war einfach mega inkompetent wie du hast eine fahrerin für deinen roller eingetragen ne pass auf wir kommen da an und der so ja geht es jetzt um zwei fahrzeuganmeldung oder und dann Barry halt so ja ja es geht um zwei fahrzeuge zwei Leute hier haben gewonnen dann einfach ähm fängt er so an ja okay das erste fahrzeug ja ist hier der roller halt ähm ja dann bräuchte ich einmal den ausweis hat den ausweis von Barry gesehen und dann von dem der das fahrzeug kriegt so habe ich da meinen ausweis gezeigt der so okay ähm gut dann äh jetzt zu dem anderen fahrzeug kommt halt auch von Barry okay das und das fahrzeug perfekt äh achso noch eine frage wollen sie einen halter eintragen lassen äh einen fahrer eintragen lassen und ich so nö und und der andere dann so ja äh frau so äh ja ja würde ich gerne und dann war erstmal die frage ja kennen sie den namen von dem halter äh von dem fahrer wo ich mir so denke what the fuck hä was ich und dann äh ja das ist die frau keine ahnung was und dann ja okay dann passt das so und dann fragt der Typ nochmal so äh wollen sie noch einen Ausweis sehen von mir vielleicht und er so nö wieso ja sie haben jetzt nur zwei Ausweise gesehen es sind zwei unterschiedliche Fahrzeugummeldungen und er so ah achso ja gut und dann hat er das irgendwie mit dem ähm also der Roller ist jetzt wohl auf mich angemeldet und der Charmin halt auf den anderen aber ich glaub ich hab jetzt die Fahrerin drin oder so das ist ganz wilde Geschichte hä was für ja war das Kasa ne ja gut ich mein es war auch irgendwie 23 Uhr irgendwas oder so da also achso meinste äh ist schon zu spät für die ja ja bestimmt hm dann gab es noch ein LST-Quiz mit den Kategorie Geschichte äh Linien Mitarbeiter und Fuhrpark dann sollte man sich in 3er dann sollte man sich in 3er Gruppen zusammenfinden es gab Team Paradise ne Paratute Entschuldigung was weil man musste sich halt nen Buzzer dann auch noch überlegen ähm Team Paratute ähm äh Team Schlaubischlumpf Ach du Scheiße Team Fuhrpark und die Sexy Beasts und die Sexy Beasts Oh mein Gott hat er hat er what the fuck nein mit er nicht mit T oh man erratet weh in welchem Team ich gelandet bin wahrscheinlich im Schlaubischlumpf Team ne in Ara Ara ja ernsthaft jetzt auch vor allem vor allem wir so ja scheiße wir brauchen nen Team Namen hm 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 so ob uns irgendwas geeinigt einfach so irgendwas standardmäßig so die anderen oder sowas keine Ahnung ähm und dann so ja ok ihr wie heißt ihr und der haut einfach raus ja wir sind die Sexy Beasts oh mein Gott oh man ist gar nicht mehr was ist denn mit euch eh ich hab gar nichts gemacht naja habt ihr wenigstens gewonnen ne aber dritter Platz vor Paradise ja das ist die Hauptsache Hauptsache vor Paradise vor Paradise und das waren eigentlich Fragen die größtenteils nur LST intern waren so Mitarbeiter Unfall Statistik oder sowas so hier wie viele Haltestellen hat die City 1 Linie oder sowas was keine Ahnung zwölf welche Haltezeit äh also um wie viel Minuten nach so wie noch ähm hält die City 2 an der Haltestelle Universität sowas 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 für Fragen waren das oder dann wer hat neben äh neben äh Lanos die meisten Unfälle seit Dienstantritt James und ne 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 äh Max Norman aber der ist auch schon keine Ahnung wie lange im Unternehmen ähm und äh dann eine Schätzfrage wie viele Meilen haben alle Busse zusammen und wie viel hat eine Fahrkarte früher eine Tageskarte früher gekostet äh keine Ahnung und wie teuer war eine Karte früher? äh zwölf Dollar glaube ich und wir haben genau getroffen also wir waren nicht so schlecht aber wie gesagt halt besser als Paradise zwölf Dollar für den ganzen Tag fahren? ja hm so günstig aber auch so Fragen wie ja wie viele Meilen hatte der Rasenmäher bevor ähm das Event gestartet hat so wie viele Meilen der runter hatte steht der jetzt eigentlich da drüber und beobachtet uns einfach oder? mit uns? andere Straßenseite rechts von dir weiß ich nicht wer ist das denn? das ist der mit dem Motorrad der extrem nah an uns vorbeigelaufen ist weiß nicht vielleicht wären wir jetzt gleich eingepackt oh Gott bitte nicht ja Phil kommt vorbei pass auf oh Gott bitte nicht oh hat er jetzt gehört? ich brauch fritten ich brauch heiße fritten Hilfe was hat er über den? oh man das ist auch zu gut ey schauspielerische Leistung bitte wenn du ihn siehst demnächst bitte spiel ihm das vor ey wenn ich den sehe das wird sowas von ab also ne alles andere wird mich auch schwer enttäuschen wenn ich den im Funk höre das wird ne ähm ja die Gönigung ist raus ja oh man ey ich werde mich gleich mal wieder ausstempeln ey ja ich äh geh mich jetzt einstempeln ne du das? so nämlich viel Spaß auf der Streife ja die ist auch hollande da steht dir ja ja schön auch ja richtig schön jetzt fahr ich dich über den Haufen ne besser nicht tschö tschau fahr vorsichtig das ist auch Roller ne Hilfe 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 einfach nur es kann nicht wahr sein ey her und du n du n du 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir tun den Erste-Hilfe-Kasten mal wieder hier rein. Hallo? Oh, jetzt. Ach, mein Auto steht ja noch unten. Ja, das nehmen wir... Was rennt denn der so rum? Das sah interessant aus, auf jeden Fall. Nein. Ach, Mann. Jetzt muss ich wieder raustappen. Ich will aber gerade nicht raustappen. Ja, komm, ich mach kurz. Das kann ich kurz zumachen. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Die Mülltonne hat sich gerettet. Okay. Die ist nicht umgefallen. Wenigstens etwas. Boah, ich habe so eine Big Ambitions-Sucht gekriegt irgendwie. Ich weiß nicht warum. Employees only. Ja, guck mal. Das ist schon wieder so leer. Hallöchen. Hallo? Angenehm Dienst. Schön Feierabend. Danke. Schön hier, fliegender Wechsel einfach. Ich muss einmal die Musik leise machen. So. So, wir dürften alles haben. 256 Funkcheck. Oh, Graf klingt aber traurig. Jetzt kommen sie hier alle an langsam. Ech, Brossuares. Foley, Graf und Kurai. So eine wilde Kombi, ey. Verwaltung. So. Aber auf. CB-Vorzeug. Okay. Tag das. Okay. Wunderschön. Hallöchen Wohle. Na, alles gut bei euch? Ja, bei mir soweit. Das hört man doch gerne. Ey, super. Ich hab gestern einen Roller gewonnen. Achja, hast du erzählt, ne? Ja, Glückwunsch. Achso, ja, hab ich den schon erzählt. Ja, danke. Cool. Fazlomob oder was war das jetzt? Ja, ja. Der ist richtig am tuckern. Cool. Ja, kannst ja auch hier Rollerverein beitreten, ne? Brauchst nur Brille und Haltsteinhelm. Es gibt einen Rollerverein? Der wird jetzt gegründet, ne? Okay, wer ist da drin? Ähm, viele vom PD. Ich glaub, Honey Hope, Mr. Kukum, Miss Sykes. Okay. Und die anderen kenn ich noch nicht. Okay, ja, wild. Roblister Hill auch, weil der war auch Fotomodel bei Just Right naheliegend. Ja, kann sein. Ja. Also, wenn du jetzt ein Roller hast, dann kannst du ja bestimmt bei Zeiten anschließen, so. Ja. Muss man ja gucken, was man da alles machen kann mit dem. Und dann... Also, ich hab meinen getunt und ich hab mit Roller, also neun, ne? Fünfeinhalbtausend bezahlt, aber lackieren, tunen und den Roller selber, ne? Was für ein Roller ist das? Fatio Mod. Achso, achso, okay. Mhm. Kann man super viel machen. Du könntest theoretisch 100 Spiegel an den Klatschen, so. Okay, das ist wild. Sieht nur affig aus. Ja, sieht auch super affig aus. Hab ich gesagt. Nee, das machen wir nicht. Muss nicht. Nee, 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 nee. Muss auch wirklich nicht. Überleg mal, du stellst die alle ein, ne? Wie lange du da täglich sitzen musst. Hm. Hm. Hat man Lock & Load wieder überfallen, oder wat? Nur ein paar mal jetzt, ne? Ein paar Westen weg, Taser weg. Ein Ohrstöpsel. Warum? Naja, wenn du ein Funkgerät hast und Ohrstöpsel, kann das schon, äh... Ja, aber die haben ja keine Funkgeräte. Von Lock & Load haben keine Funkgeräte, sicher? Ja, doch, doch, doch. Die haben Funkgeräte. Das, das weiß ich. Was ich mich frage, ist... Von einem alten Überfall Funkgeräte und jetzt hat Ohrstöpsel gefehlt, oder sowas. Mhm, die haben keine Funkgeräte. Also die, äh... Bei Überfällen, also das läuft ja schnell ab. Die nehmen eigentlich keine Funkgeräte ab. Und da bist du dir zu 100% sicher? Ja, bin ich mir zu 100% sicher, weil ich hab da... Ich hab das mitgegründet als GoCO. Achso. Und... Sagen wir mal so, wenn ein Überfall stattfindet, äh... Dauert das nicht lange... Zumindest wenn's... Für die... Äh... Sicherheitskräfte gut läuft, dann dauert das nicht lange, bis... Die Leitstelle rausgefunden hat, wo die sind. Mhm. Bestimmt. Aber meines Wissens nach haben die Fahrzeuge von Lock & Load noch kein Live-Tracking, was halt scheiß ist, aber gut. Okay. 4, 1, 3, aktiv. 4, 2, 3, aktiv. 4, 2, 3, aktiv. 5, 2, 3, aktiv. Ja bitte? Was kann ich für Sie tun? Hm? Warum ich grad nicht mitgekommen bin, oder was meinen Sie? Ja, können wir jetzt weiterfahren auch nicht, Mr. Foley. Achso. Wir können weiterfahren, ja klar. Natürlich, wir müssen ja nach Davis Pity. Ne? Und tanken müssen wir auch noch. Hm? Mhm. Ich glaube die Frau Lewis steht in uns. Ja, da hinten. Ähm. Grenzekatze 1, wunderschön. Welchen süßen Klang höre ich denn da im Funk? Alter, was? Ja, ich dachte mir, ich mach mal wieder einen Funk-Check. Naja, sonst selten. 2,24. Wer ist denn 2,24? Ist das ein Rekrut? Oh. Rekruten, die suspendiert sind, ist immer kein gutes Zeichen. Eva Brody, das müsste mindestens O1 sein. Jetzt hätte ich mir auch einfach mal die Nummer merken können, ne? Mein Gott, ich kann mich jetzt einfach merken, ich bin die Nummer nicht. 1,78. 1,78. 1,78. Außer Dienst. Suspendiert. O2. Oh, Mensch. Oh. 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 Tanaka ist da. Wir sind noch hier so am rumgammeln. Prentice, Turner. Da wird hier. Ganz viel Innendienst. Natürlich ist Rebecca da. Oh, okay. Sehr interessant alles. Sehr, sehr interessant. So. Ach, wir haben gleich Rollcall, ne? Neun Minuten. Ist gerade. Also Davis. Ja gut, das geht. Oh na. Wieder eine OIS. Wahrscheinlich dann von gestern, wenn die heute erstellt wurden. Diebstahl, Diebstahl. Diebstahl, Diebstahl. Mordakte. Okay, wild. Fahrlässige Körperverletzung. Bedrohung. Halt die Ecke. Ach, Mann. Äh, Chavez. Besitz von Arznei und Betäubungsmitteln. Ja, das Davis Speedy ist richtig scheiße. Also. Das ist echt ungünstig. Du sitzt hier zwischen zwei Gangs. Leut. Alles sehr wild. Sehr, sehr wild. Äh. Das ist alles da. So, hab ich glaube ich eben schon geguckt. Ist meistens aber nochmal was anderes, wenn man hier oben in der Leiste guckt, weil die Leute sich teilweise nicht reinziehen oder sonst was. Aber jo. So, Ausbildung. Es fehlt uns doch nur noch Verkehrskontroller und der Rest vom Sportmodul. was ja nur noch Robedive und Survive sein dürfte. Weil den Rest dürfte ich alles haben. So. 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 So, So, ja gut, das kann ich löschen. Ja, das kann auch mal weg, das brauche ich auch nicht. Müsste doch die LUIS sein, die da hinten steht, oder? Administration wahrscheinlich. Nein PA, was ist denn PA? Okay. Ja, müsste die LUIS sein. Ah, ja guck mal wer da ist. Der liebe Herr Brand Deering, 95. Lässt er sich auch mal wieder blicken. Ja, mir geht soweit gut. Wir gehen mal eben fragen. Wegen Überführung ins Davis PD. Einen wunderschönen. Überführen Sie gleich ins Davis PD? Äh, ja. Okay. Wäre es okay, wenn ich mich da anschließe? Natürlich. Okay, perfekt. Geben Sie mir noch zwei Minuten. Natürlich. Dann sagen wir Bescheid. Haben wir noch kurz Zeit. Kann ich mal kurz hier bei Dings reingucken, weil ich mich für dieses Ding da wo wandert. Könnte das hier gewesen sein? Police Academy. Das könnte PA sein. Ja, super. Ey. Ma. Als Konvoi. Check. Oh Gott. Ne, ich hab's nicht bereut. Überhaupt nicht. Wieder ins PD Gang zu nehmen. Okay doch. Jo. ... ... ... 414 aktiv Richtung Davis PD zurück dann ziehen Sie uns bitte ein Streifenblatt natürlich 430S aktiv Richtung Davis PD die beiden Mike Streifen ziehen Sie mal vor sie beide können wir euren 430S 1020 Davis PD löst sich auf 41320 Davis PD 41420 Davis PD 4301 Überführungsfahrt in Davis PD wunderschön wunderschön 5304 10405 2404 11404 11404 12404 Ja, aber ich will ihn doch nicht sowieso rausstechen, muss das finish. Check. Du hängst mich da mal drauf, okay? Ja gut. Sie wissen, dass hier vorne auch noch freie Plätze sind, ne? Kann auch nach vorne kommen, ist kein Problem. Na vorne komm. Pardon. Kommen wir nach vorne. Ich sehe vorne nicht so alleine, das stimmt schon. Es ist mir egal, ob ich hier alleine bin, aber es sind ja nicht seien, dass die freie Plätze sind. Kann schon was los, ja. Pulle aus. Schleppt richtig der Bär, Mr. Koskiler. Ja, ist wirklich. Hm. Ey, wird hier besten Platz einfach. Oh, den Tonner kannst du nicht schlafen. Haben wir nicht mehr Leute. Den haben wir schon gar nicht gesehen. Das GFD nur vergessen. Er liegt bestimmt an der Hitze. Wenn alle so beschäftigt waren... Ist das auf dem Highway? Das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir da sind. So. Alleechen. Oh Mann. Hallo. Mr. Walton. Einen wunderschönen. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Hoffen, dir geht's gut. Ja, soweit alles bestens. Alles fit soweit. Gar kein Bock auf morgen, aber... So. 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 weiß ich noch nicht fragen sie mich am Ende des Tages nochmal Alter, Tadaka ich habe so einen Respekt vor dem bin ich ehrlich ja genau das frage ich mich auch die ganze Zeit wenn ich den wenn ich den ansehe von dem anderen Anseher hatten wir auch so ja ja nun gibt einen Grund warum ich mich nicht neben den gesetzt habe in die erste Reihe also ursprünglich nicht er arbeitet in der in der Gastronomie okay wild weiß man welche Richtung von Gastronomie es gibt ja so mehrere Richtungen es gibt ja so ich sag mal Restaurants die einfach Standard sind so es gibt so hochklassigere Dinger es gibt so Last Route Sachen das wäre nochmal interessant zu wissen weißt du nicht okay aber Gastronomie ist wild 5 3 0 10 20 Davis PD 5 3 0 10 20 Davis PD es würde den Blockfetisch ergeben was der hat immer ein Klemmbrett in der Hand wenn man dann da kann ein Drive-In und der geht die Stimme doch ja wärst du bei bei irgendeiner irgendeiner Fast Food Kette oder so wärst du so ein Drive-In hier ist Fast Food Kette XY ihre Bestellung bitte boah das wär so nice früher war es der Block ja gut kann er kein Service ja boah wenn er auch so ist schhh schhh alter ich würde mich so unwohl fühlen als Gast glaub ich stehe davor der liest dir so die so die Tageskarte vor einfach er steht dir einfach so wie er jetzt da steht und liest die Tageskarte vor boah 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 ok was machen die denn diese nicht noch eine rauchen boah rennen beeilung ach Brent Deering hallöchen jetzt gleich Anschüss weil er die Weste noch an hat pass auf oh jetzt gibt es Anschüss weil er noch im Rücken auch so strukturiert das kann er sehr glücklich sein kommt noch wer ja das stimmt kommt noch wer boah der ist richtig abgemacht gut dann danke dass es die letzten auch mit 10 Minuten Verspätung geschafft haben so dann einmal zum rollcall was haben wir denn heute wir hätten heute einmal auf der Liste anscheinend ist heute oder gestern Nacht ich glaube er ist schon heute Nacht die Frau Harley verstorben ehemalige Kollegin ja der allgemeine Aufruf so wie immer wenn sie sich damit seelisch belastet fühlen oder sonstiges ja treten sie an ihre Vorgesetzten ran oder noch besser ja und das MD hat tatsächlich inzwischen sogar eine Seelensorgennummer ja rufen sie da gerne an da können sie dann ihre Traurigkeit äußern sofern das hier irgendwen im Raum bis sie es ungedisst ja des weiteren würde ich dann auch empfehlen wenn sie das betrifft dass sie gegebenenfalls ihren Dienst heute beenden ansonsten hätte ich noch den Punkt von meinen lieben Verwaltungsmitarbeiter dass es auffällt dass Akten aus welchem Grund auch immer obwohl das eigentlich normale STVO Sachen wären und so weiter die sofort abgehandelt werden können als Fallakte abgehandelt werden das ist nicht ganz verständlich warum das so ist A machen sich damit mehr Arbeit ja wie es eigentlich notwendig ist und B ist es einfach unnötig ich würde sie bitten dass sie diese neue Funktion Frust im MP rauslassen auch extra in den Bordcomputer einbauen lassen erspart ihnen Zeit erspart allen Zeit sie sind dann auch gleich wieder so ansonsten hätte ich heute nix Herr Koriame grundsätzlich hier nochmal die Erinnerung daran äh sie sind momentan in der Pflicht dass sie gelegentlich am Yachthafen beifahren und dort schauen ob dieser Fischkutter noch dort steht äh dieser wurde tatsächlich heute Nacht bewegt und wir wissen nicht wann er weggefahren ist wir wissen nur die Zeitraum wo er wie er geankert hat dieser steht aktuell im Verdacht möglicherweise mit dieser Hai Thematik zu tun zu haben für die die nicht wissen worum es geht aktuell werden immer mal wieder anscheinend weiße Haie Milltonen gefunden dass Flossen abgetrennt wurden mittlerweile sind wir bei der Zahl 6 oh 6 die Zahl noch steigen nachdem äh dieser Kutter unterwegs war dementsprechend achten sie darauf sollten sie sehen dass der Kutter weg ist schauen sie dass sie Einheiten der MPU rausschicken dass diese einmal die Insel umfahren oder in die Gewässer rausfahren um diese auf frischer Tat zu erwischen weil unter anderem dieses Boot nicht angemeldet ist dementsprechend können wir da auch dann durchgreifen grundsätzlich auch ähm für die Leute die auf die Streifen fahren fahren sie auch in East End Los Santos an am Harbour ist es umgefallen dass dort sehr wenig Streifenpräsenz herrscht grundsätzlich äh fahren sie auch zwischen den Gassen und gerade auch im Ölfelderbereich so wie bei den kleinen Ölfeldern wie sie wissen wie Mr. Tanaka auch erwähnt hat bis Mr. Harley dort unter anderem gefunden wurden und dementsprechend halten sie dort die Augen auf weil manchmal kehren Täter ja auch an der Tatort zurück vergessen sie das hier in dem Fall nicht weitere Informationen gestern kam es äh zu einer Situation wo Detective Williams Mr. Kramer und ich von einem Fahrzeug verfolgt wurden welches wir erst verfolgt haben und er den Spieß umgedreht hat wir wissen nicht warum und weshalb könnte mit den Ermittlungen zu tun haben an denen wir gestern beteiligt waren könnte auch an etwas anderes liegen sollten sie solche Auffälligkeiten sehen oder Auffälligkeiten bei ihnen wahrnehmen melden sie sich gerne dahingehend bei mir das war es soweit von La Mese sowie von Operations ich denke mal dabei Mr. Tanaka grad am telefonieren ist hat äh ein anderes Department noch etwas zu sagen das ist wie sie so hat nichts das ist wie sie so hat nichts ich bin sogar so wie Captain Iglo äh der Perro ist irgendwer da der Perro ist einfach gar keiner da ja mega Detectives Williams habt ihr was ja ähm einerseits äh wenn irgendeiner hier da im Raum ist Kontakt zu Frau Harley hatte im Zeitraum vom 16.06. der soll sich bitte mal bei mir oder Herrn Krimer melden wir hätten da ein paar Fragen tatsächlich an den Kollegen soll das der Fall sein genau dann des Weiteren sind wir derzeit auf einer Suche nach einem ich weiß die Beschreibung ist jetzt ein bisschen komisch aber besser habe ich sie auch nicht bekommen und zwar einem schwarzen Fahrzeug ja Mensch kommt aus dem JDM Bereich einen Moment ich suche mal die genaue Beschreibung raus genau kommt aus dem JDM Bereich ist komplett matt schwarz hat ein schwarz gelbes Kennzeichen hat sehr wiedererkennbare Endrohre also auf jeden Fall nicht standardmäßig Endrohre handelt sich um den Führtürer läuft flach zu nach hinten hat dort auch einen Heckspoiler genauso wie schwarze Felgen es geht wahrscheinlich in Richtung eines Herr Kurayame wie war die Bezeichnung das nochmal ähm bitte die Bezeichnung die Bezeichnung des schwarzen Fahrzeugs was wir im Verdacht hatten äh welches uns verfolgt war das sollte wenn ich mich rechne eine Kommode oder was meinen sie genau es geht um das was wir am Mittag gestern Mittag hatten äh genau ein Sultans 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 okay wild das ist doch einfacher schwarzes Fahrzeug ganz klar hier Bescheid geben das brauchen wir auch für weitere Ermittlungen mehr haben wir zur Zeit nicht Dankeschön äh äh dann noch eine Sache denken sie dran dass äh in der heutigen Nacht diverse Officer 1 neuen Departments zugeteilt werden ja also die jetzigen Officer werden äh in andere Departments verschoben ja damit die anderen Departments auch ein bisschen gefüllt werden unter anderem auch äh zwei oder drei in den Norden soweit ich weiß ich glaub drei sind's inzwischen ähm ähm Post die Liste gleich noch am schwarzen Brett ja ähm das heißt äh sie bekommen dann aber auch in der Nacht noch eine SMS falls sie nicht da sind ja das heißt sie haben dann ihre neue Dienststelle tatsächlich betrifft vor allem jetzt die Officer 1 aus meinem Departments dann Wortmeldungen aus dem Kollegium äh ja nur eine Anmerkung von der Leitstelle jemand müsste die jetzt übernehmen ja dann bestimmen sie wen Graf dann jemand vom PCSO gerne bestimmen sie jemanden Graf ähm mit Jeffrey ist der da? jetzt glaub ich hinterhin ja dann nach dem Roll Call einmal zu mir gut ja dann Watch Commander wollen wir heute mal einen aus dem PCSO nehmen Tramble äh machen wir es folgendermaßen der Hepburn Deering wird das machen der wird von mir noch gebrieft im letzten Wochen und dann übernimmt er das alles klar dann Leitstelle McJeffrey Watch Commander Brand Deering und der Rest jetzt passen sie auf sich auf lassen sie sich nicht abstechen oder schießen und äh ja hab ich nichts zu sagen vielen vielen Dank schön vielen Dank ist ein Teil bereit äh soweit ja okay dann ähm fragen wir mal die Leitstelle ob es ihnen lieber ist wenn sie hier bleiben weil ich muss wieder zum MRPD zurück ja 23 Uhr hat ein Zeugentermin also bitte Zeugenaussage ja dann gibts dann nicht eine Stunde die Leitstelle bitte ab ja gut wenn die Person auftaucht ne das ist ja ich schließe mich den Detectives an alles klar alright also gleich vorbei also der Name ist Marco Almeida ja ja wir haben den Auto ausgelösen genau und sonst gab es keine Auffälligkeiten vorher alles klar ja und ich muss jetzt dringend aus dem Dienst du machst das schon oder ja klar also das Leitstelle aktuell sind das Protokoll bitte gleich noch kurz ergänzen ja alles klar perfekt danke dir tschau tschau ja schon getan bitteschön der Herr hola si ich würde gerne meine Karre aus dem Favarhof holen ah war das das was sie gerade besprochen haben ja ich habe es nicht gehört der Herr hinter mir würde gerne sein Auto vom Favarhof holen äh ja dann könntest du das könntest du das einmal mit ihm äh wir sind keine Streife ja also sie müssten eine Streife hinschicken ja klar ich sparen mal eben ein kümmere ich mich da drum ich lass ihn aber den Rekruten äh zu der Linken hier 413 überflugfahrt MAPD äh warte was war der Funkspruch sorry äh MAPD die 615 ab zu der dem der Ist klar Alles klar. Kannst du die VL gegebenenfalls mitnehmen? 41320, Strawberry-Tankstelle. 41320, Strawberry-Tankstelle. Check. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Fahrt ihr beide jetzt raus oder was, zusammen? Ähm, Turner, Turner, ich und Vakarian fahren raus. Aber wir können die Dame gerne mitnehmen, dann machen wir gleich eine Splissung. Ja, ich wüsste nur beim MRPD raus. Das ist, ich würde dann jetzt aus der Dienst gehen, ich bin eh schon... Ach so, ja, dann schmeißen wir sie da raus. 430S, mit einer Überführungsfahrt zum MRPD. Check. Äh, sie sind Mr. Phoenix, right? Ja, so korrekt. Alles klar, dann räume ich hier einmal auf. Wo bin ich? So, wir würden dann kurz losfahren. Ja, ja, mach dich auf den Weg. Okay, gut. Alles klar, schönen Abend noch. Schönen Abend. Äh, so, wer ist Watch Command heute Abend? Äh, Brent Deering. 590. Alles klar. Ich kriege das auch direkt einmal ein. ?? Woah. Wer ist denn die Karte? Na her, war da nicht normalerweise eine Vorbereitete? Für den Watch Command? Eigentlich ja. Aber gut. 531 Überführungspfad. Davis PD. Check. Ja, ich nehme einfach die. Die hier. Warte, come on. Hallo, Miss. Ja gut, dann verlegen wir noch Cindy. 518 Überführungspfad. MAPD. Warte kurz. Check. Okay, alles klar, dann verlegen wir ihn in den Norden. Gut, dann bis gleich. Wir verlegen gleich einmal noch Sandy. Okay. Der Herr. Ja. Sie waren mit dem Herrn von eben hier mit der Fahrzeugauslösung? Ja, genau. Okay. Alles klar. Ist der jetzt schon los? Der ist, glaube ich, kurz auf Toilette. 530 mit einer Überführungsfahrt. Davis PD. Okay, alles klar. Das heißt, sie werden dann schon bedient. Okay, alles klar. Genau. Dann können sie sich gleich im Anschluss einmal zum Verwahrhof begeben. Dort wird dann das Fahrzeug entsprechend rausgegeben. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Dankeschön. Alles klar. Die 279 meldet sich aus dem Funkab und geht in die Dienstunterbrechung. Alle Streifen bitte einmal das Streifenblatt entsprechend aktualisieren und aktiv melden. Da ist ein Wunderschön, was du hörst. Ich hab gerade so um, muss mal eben kurz jemand anrufen. Weg. 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 1 2 ist einmal PD 3 1 ich muss mich hier gerade einmal sie hatten schon das leitstellen modul ja so positiv aber noch nie mitgemacht deswegen ist klar wie war ihr name noch gleich david phoenix 256 256 das muss jetzt aktuell sein ist die kommen ihr starten die kommen 10 20 mpd alles klar fahren sie einmal den jetzt verwahrung an dort möchte ein fahrzeug auslösen kommen hat die 413 mitfährt dann verwahrung ankommen leitstellen ende ja so wie machen wir das jetzt mit den zwei mic streifen wie wollen wir da eine erkennung haben check äh bitte was wir haben jetzt zwei mic streifen ne ja 5 3 0 10 20 warte 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 ich will nicht in den funk quatschen 5 3 0 10 ich bin sehr viel check 5 3 1 10 20 wenn dir so check jetzt alle ja also äh ihr zieht euch in eine spalte rein und zwei fahrzeuge ein du machen ja ok also wir haben keinen balkomputer zur Verfügung äh sind da ein tisch und äh wo hast du die welchen mic hast du äh mic 3 oder ähm die mic 3 und welche noch und welche hast du äh einfach mic 3 mic 4 tu die in eine in eine spalte beide ja 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 genau genau weil wir sind ja eh zusammen ja ich wollte nur wissen wie die wie die kennen wir jetzt angefangen sind ja das ist dann mic 3 ja oder mic 3 oder mic generell können wir auch machen ne ähm ja ich kann ja mr laurent ist der noch irgendwo zugegen mhm der ist schon wieder hochgefahren glaube ich ich hab versucht den zu erreichen aber er geht leider nicht ran ok check ich geh mal hier rüber gut dann würde ich sagen fahren wir raus ne jo dann fahren wir weiter was hast du noch wegen ähm zum 1 ok wir versetzen dann jetzt einmal in den Norden 5301020 der Sohn löst sich aus mhm das fühlst du überhaupt nicht unwohl wenn er so direkt hinter mir steht leitstelle für die 413 kommen hört sie kommen was ist mit einer 1010 zum Verwahrhof kommen kommen fahren sie als 1010 an die fährt schon als Hauptstelle an oder ja ja 414 für die leitstelle kommen 414 hört fahren sie bitte als 1010 die 413 am Verwahrhof kommen alle 1010 zum Verwahrhof zu verstanden kommen leitze Länder so dann sind die Richtung Verwahrhof die sind dann auch wir müssen wir nicht gemeldet aber fahren dann gleich gut und wir verlegen jetzt endlich in den Norden hm hm wir gehen rüber ja äh sie wissen wo sie hinfahren müssen ähm ja ich habe kein eigenes Fahrzeug hier deswegen ja wir fahren mit der 504 muss es noch hier sein oh ja der Notruf des LSPD wie kann ja ja gleich kommt eine Streifel genau alles klar tschüss machst du denn die Chance oder? äh genau das sind die Chance oh klar danke sehr so C306 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 ja das ist schön dass ich keiner da rumkommert äh C306 ja das ist schön dass ich keiner da rumkommert ja die 414 schließt sich an E21020 für Wahrhof check 1 6 für die Leitstelle kommen sicher 1 6 für die Leitstelle mit also Vokal ist die Coming Leitstelle überführt unter 504 in Richtung Senni-Schalzau. Leitstelle für die 16 kommen. Leitstelle hört, sie kommen. Benötige eine Überführungsfahrt von Davis nach Delpero. Leitstelle geprüft, komm. 1-6 Ende. Ja, es sind keine im Dienst. Ja, Delpero ist glaube ich gar keiner da. Ja. Von wo war die Nummer? Von Delpero nach Davis PD? Andersrum, Davis nach Delpero. Davis nach Delpero. Ja gut, wir haben keine Ahnung im Dienst. Dann ist das der Folgeauftrag. 414 für die Leitstelle gekommen. 10-3. Ja, 1-4. Haben Sie den vorherigen Funkspruch so weit? Komm. Die 1-6 müsste vom Davis PD, von Delpero PD überführt werden. Bitte diese als Nachfolgerauftrag annehmen, komm. Leitstelle her. Ja. Du schon wel. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich frage mal eben 413 für die Leitstelle kommen Wie ist Ihr Status bei Fahrzeugausgabe kommen? Somit mit der Aktiv? Nein, nur unter Kontrolle kommen Ungefähr Eta bis Abschluss kommen 5-10 Minuten auf Untertitelung des ZDF, 2020 Hat er die Leitstelle mit Leitstelle LL? Ja, gut Streifen und Dienstaktuellen 1-6 und 1-42 für Leitstelle kommen 1-45, hört Sie, kommen Sie? 1-6 hört Sie, kommen Sind Sie beide im Davis PD, kommen 1-45, positiv, kommen 1-6 so positiv Einmal X-Trims anfahren, dort fand ein Überfall statt Informationen aufnehmen und entsprechend bearbeiten, kommen Ja, checkst du mit, kommt Leitstelle Ende Leitstelle für die 1-6 kommen Leitstelle, hört Sie, kommen Das MD hat gerade einen Herren gemeldet, der ein Codewort hat, die bereuchte Unterstützung, um diesen Herren zu identifizieren, kommen Es sind keine Streifen Wir haben aktuell keine Streifenkapazität dafür vor Ort, kommen 1-6 so mit 1-6 Ende 2-86, hier ist Louis gekommen Kannst du mal eben Finch zurückrufen und fragen, was er wollte? Wo ist Louis? Willst du dir einmal 50 Dollar für das Karte von dem Herrn abkommen? Ja, Mr. Wie war ihr Name noch? Phoenix Könnten Sie einmal den Mr. Finch anrufen und fragen, was er wollte? Ja, kann ich machen Also worauf bezogen? Ja, er hat gerade angerufen Okay Ich habe ihn weggedrückt Hallöchen, wir hatten gerade versucht die Leitstelle anzurufen, rum ging es 10-30 oder was? Äh, ja, Grund dafür ist, dass, äh, gerade ein bisschen schwieriger, Jesus bei dem Anruf war, ich wollte mich direkt negativ sagen, weil ich eigentlich im Feierabend wieder gehe, da gehen wollte, deswegen wahrscheinlich nicht Also ich habe nichts, also ich habe nichts, ich habe jetzt nichts vernommen, müsste ein Beweis werden Äh, ich bin zu losgeschickt worden, ich war nur hier zum Aktenschreiben, deswegen wollte ich jetzt gerade nochmal anrufen, dass wir haben Ja, äh, also Sie wollen jetzt in den Feierabend gehen, oder? Ja, deswegen, äh, ja gut, okay, dann brauchen wir keine Streife bilden Okay, dann, äh, gehen Sie in den Feierabend, dann brauchen Sie keine Streife bilden jetzt Ja, alles klar Alles klar, dann einen schönen Feierabend, ciao Danke, wieder Hüb 5-0-2 für die Leitstelle, komm Hört sie, komm Ihr aktuelle Status, komm Überführungsfahrt nach Sendyschoss, komm Heck, äh, bleiben Sie dann stationär in Sendyschoss, komm Ja, so negativ, wir hatten gerade nur organisatorische Sachen zu machen, komm Okay, dann fahren Sie einmal X-Gems an, äh, und nehmen Sie den Überfall auf, äh, Leitstelle, Ende 4-1-4, aktiv Richtung Davis PD David, machst du irgendwas Sinnvolles hier gerade? Mh, 4-0-2 für die 5-0-2 Ich würde mich unterstützen, wenn ich könnte, aber gerade ist eigentlich nichts deswegen Dann kannst du mich unterstützen Okay Check Da der Kollege sich anscheinend verspätet, würde ich das jetzt eben mit Ihnen machen, mit dem Kollegen zusammen Dann kommen Sie einmal mit, äh, der Kollege müsste Sie einmal abtasten, weil wir in einen gesicherten Bereich gehen Und dann, äh, machen wir das eben Alles klar, okay Ihren Ausweis bräuchte ich einmal Äh, ja, Moment 1-0-6 von der 4-1-4 kommen 1-0-6 von der 4-1-4 kommen 1-0-6 von der 4-1-4 kommen Ach, ich weiß, worum es geht Ja, Frage, Ihre Überführung muss aufs Furchtetwerden kommen Okay, dann brauche ich nochmal fragen, worum es geht Da bin ich sogar im Bild, aber die werden im Bild, aber die werden im Bild, die sind im Bild, die sind korrekt Wahrscheinlich Ja, das ist so verstanden, wir sind auch Nee, 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 da habe ich noch mal eine separate bekommen Verstanden Das ist hier, das Aktenzeichen ist 0-7-0-2 0-7-0-2 Ja, aber ich habe tatsächlich etwas verwundet Moment Moment, Kollege, ich gehe kurz einmal aus dem Funk, sonst kriege ich hier nicht gleich Ja, check Ich habe mein eigenes Ankommen Mal eben Weil ich dachte, sie sind jetzt wegen der Deine ist die Aids-Sache hier, weil da hatte ich Sie ja auch als Zeuge aufgenommen Ah, dann waren sie das Genau, aber der Kollege Wollteleitstelle, muss ich das Streifenblatt einfach sortieren Das hätte ich da jetzt gerne fertig gemacht, aber Schauen wir mal Wo sie sind Hola Wunderschön Äh Prüf ich mal kurz das Aktenzeichen, ich bin gleich wieder da Ja, ihr könnt euch auch Ist mein Zeuge weg Achso Und, viel los heute? Ja Es geht tatsächlich, also Noch entspannt, okay Ja, noch Aber der Abend fängt ja auch gerade erst an, ne? Ja, da haben sie recht Wobei, naja, Sonntage sind meistens ein bisschen ruhiger Mhm Die Ruhe vor dem Sturm Wenn der Montag kommt Könnte man uns so sehen, ja Ja Permanent schon seit einer Stunde auf 1830, seitdem wir oben die Gesprächung hatten Geht nicht Ja, okay Und danach kann er zu mir kommen Oh, Moment Ach Ja, schönen guten Tag Der Zeuge ist hier Ja, der Herr Morgen Also entweder Der ist in Sandy Shores Sonst würde ich jetzt die Befragung übernehmen Okay, wunderbar Das ist nur zu aktiv im Norden Dann mache ich das in Jo, kein Problem Ciao Gut Jetzt, dann machen wir das Und ja, das ist die Sache von Deines T8 Ah, okay Da hat er, glaube ich, sich vertippt gehabt Okay Dann eingeben Dann würden wir in den Nebenraum gehen Da haben wir unsere Ruhe Okay Gut, dann Einmal Einmal den Herrn abtasten Und dann gehen wir rein Ja, natürlich Dann einmal am besten Da vorne an die Wand Achso Ja Mal die Arme heben Irgendwelche scharfen Oder spitzen Gegenstände dabei Also haben sie irgendwas dabei oder nicht? Nein Okay Gut, dann lasse ich sie eben einmal ab Mal kurz hier die Schultern lang Einmal an den Seiten Kommen wir hier noch kurz Okay Alles klar Dann passt das Ich stehe ganz gerne Alles gut Dann So, dann belehre ich sie jetzt einmal Ich belehre sie hiermit als Zeuge Nach § 16 StPO Absatz 1 Haben sie das Recht zu schweigen Wenn sie sich selbst belasten würden Oder mit dem Angeklagten Verheiratet, verwandt oder verschwägert Sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen Andernfalls machen sie sich nach § 46 StGB Absatz 1 Es steht Ihnen frei Sie sich jederzeit Anwalt Einen Anwalt Ihrer Wahl Auf eigene Kosten zu nehmen Haben sie das verstanden? Ja Möchten sie einen Anwalt? Nein So weit nicht, danke Gut Belehre um 20.31 20.31 Im Beisein der SD61 Und der PD 56 Gut, Herr Morgen Dann schildern Sie uns doch bitte einmal Was am 7.6. bei der Dynasty 8 passiert ist Also ich stand mit meiner Kollegin draußen Wo wir eigentlich immer stehen Um die Leute abzutasten Bevor sie die Dynasty getreten Als dann von rechts um die Also wir haben in Richtung Norden geblickt Richtung Straße Und dann kam von rechts um das Gebäude rum Mehrere Herrschaften maskiert Ich denke es waren 3 bis 4 Ich habe aber auch unterschiedliche Zahlen gehört Andere meinten es waren nur 2 Andere meinten es waren 6 oder 7 Ich, wie gesagt, meine es waren 3 bis 4 Es wurde im Prinzip direkt eine Waffe auf uns gehalten Dass wir auch nicht weiter reagieren konnten Uns wurde gesagt, wir sollen die Hände heben Und reingehen Das haben wir dann auch gemacht Vor uns Also bevor wir rein sind Sind schon irgendwie Ich denke 2 Herrschaften oder 3 An uns vorbei gerannt Schon rein Genau Und dann sind wir gefolgt Ich hatte tatsächlich das Telefon gerade am Ohr Und ein Kollege dran Weil ich an dem Tag auch die Leitstelle hatte Genau Und dann wurde zu mir natürlich auch gesagt Ich muss sofort das Handy weglegen Konnte vorher noch Ja Ein Signal geben Und Dann Genau Sind wir reingegangen Meine Kollegin hat dann versucht zu funken Die waren ein paar Schritte vor mir Und wurde daraufhin dann mit mehreren Schüssen in den Rücken Ich meine Oberkörper, Kopfrichtung Niedergeschossen Genau Und daraufhin ist die Sache im Prinzip schon gecancelt worden Von den Leuten Und alle sind wieder rausgerannt Und die Sache hat vielleicht nicht länger als 10 Sekunden gedauert Genau Können Sie sich noch an irgendwelche Merkmale bei den Personen erinnern? Bestimmte Farben, die die anhatten? Irgendwelche Ich sag mal Teen-Namen auf Oberteilen oder so? Nein, so weit nicht Also die waren alle maskiert Ich glaube schwarz Schwarz und teilweise auch weiß Ich kann mich ehrlich gesagt an nichts Besonderes erinnern Was mir jetzt in den Kopf kommen würde Hatte einer von denen etwas gesagt? Ja Ähm, ja am Anfang Wie gesagt Ich weiß nicht Drinne wurde auch irgendwas geschehen Aber das konnte ich jetzt nicht so richtig hören Durch die Tür Aber zu mir und meiner Kollegin wurde eben gesagt Ja, Hände hoch, Hände weg oder sowas Und, ähm, ja Dass wir reingehen Gab's irgendeinen bestimmten Akzent oder so? Ähm Tatsächlich Und ich da jetzt ehrlich gesagt in den paar Worten nichts direkt Ähm Aus welcher Richtung genau kamen die Herrschaften angelaufen? Also links vom Gebäude oder rechts vom Gebäude? Sehen wir mal drauf an Also wenn sie jetzt, sag ich mal, vor der Tür stehen und einfach nur geradeaus schauen Dann von rechts in die Ecke Und in welche Richtung sind die Leute geflüchtet? Haben sie das sehen können? Ich glaube wieder in dieselbe Richtung Haben sie in irgendeinem Fahrzeug gehört? Hm Ich hab ein Fahrzeug gehört, ja Und auch, dass Türen aufgingen Aber Ja Gut Ich kann das jetzt nicht direkt zuordnen oder so Sie können sich auch nicht erinnern, wie viele Türen sie gehört haben, die zugegangen sind, ne? Hm Also ich hab auf jeden Fall Wo sie gekommen sind Oder kurz bevor sie gekommen sind Und eben Meine ich vier Türen gehört habe Hm Oder es waren auf jeden Fall drei Mehr als zwei Aber bevor, ich sag mal, das Ganze passiert ist Ist kein Auto irgendwie auffällig beim Dynasty-Gebäude vorbeigefahren? Nicht, dass ich wüsste, nein Keine Fragen Hat der Kollege noch eine Frage? Negativ Gut, dann beende ich das Ganze um 20.36 Uhr Sollte Ihnen doch nochmal was einfallen Oder der Kollege tatsächlich noch nachfragen hat Würden Sie wahrscheinlich nochmal benachrichtigt werden Oder angerufen werden Ähm Aber ich denke, bei dem, was Sie gesagt haben Dass Sie sich da auch nicht mehr so großartig dran erinnern Das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her Ähm Wird es dabei bleiben Und ich hoffe auch, dass es Ihrer Kollegin jetzt wieder besser geht Ähm Die wir da an dem Tag ja schon gesehen haben Ach Nee, dann sind wir so weit durch Und nochmal Entschuldigung, dass das gerade so lange gedauert hat Aber der Kollege Äh Wagen und verhindert Ja, kein Problem Okay Guck, nee, dann würden wir Sie auch schon wieder nach vorne bringen Damit Sie dann Und hier wieder weg sind Ja, ja Guck, hat die Leitstelle somit Guck, nachher Ja, hat Doris Ja, du bist doch Co-Leitstelle, oder? Äh Ja, gerade eine Aussage aufgenommen Äh, worum geht's? Ich habe die Leitstelle sonst vor mir stehen Äh, ja, frag sie mal Ob sie nicht vielleicht irgendeine Stadtstreife für mich hat Damit sie jetzt keine Nordstreife splitten muss Weil ich ja, ähm Also ich weiß nicht Im Norden muss ich jetzt nicht unbedingt hoch, deswegen Guck Ja Sag mal, die soll mal vielleicht die Frau Lewis anrufen Die ist im Innendienst Ob die Bock hat, Streife zu fahren Und wenn nicht, äh, keine Ahnung Dann, dann halt Nordstreife Aber wenn nicht, halt Weißt du halt, ja Weißt du, was ich meine? Naja, nee, alles gut Okay, alles klar Ja, ich freu Ich freu mal kurz nach Ja, alles klar Ciao Äh, wahrscheinlich gerade Äh, äh Ah, Laurent, die Wie sagt Laurent? Die Info hat Die Info hat sich mit dem Mic 3 kommen Die Info hat sich kommen Die Info hat sich kommen Ich bin jetzt gegen einmal eine Fahrzeugabfrage kommen Die Info hat sich kommen Die Info hat sich kommen Die Info hat sich kommen Kennt recht wie folgt E wie Emil V wie Victor 5 Bravo 4 Leitstelle kurz den Bein Leitstelle den Funk spricht wieder auf Das Fahrzeug gehört Jonathan Silver Ja, die Mike-Person-Milk liegt irgendwas gegen die Person vor Komm Äh Aktuell keine offenen Kosten bei der Person Komm Ja, die Mike-Person mit Mike-Person-Milk Äh, ich weiß nicht, ob es so clever ist, wenn die jetzt mit einer Mike-Streife durch die Gegend fahren Ja, ich überlege halt gerade Weil wenn die jetzt auf dem Also ich meine jetzt ist gerade Funk noch ruhig Aber wenn die gleich Ist gleich Falls es gleich noch was Der Herr Taurus hatte mich gerade angerufen Nachgefragt, ob es irgendwie eine PD-Streife gibt, die er mit besetzen kann, weil er keinen Bock auf Nordstreife hat Ähm Das ist mir scheißegal, worauf der Herr Bock hat Ja, das ist keine Ahnung Da gibt's, da gibt's keine Diskussion Ja Also dafür, dafür Tut mir leid, aber dafür fährt der jetzt extra in den Norden Na guck mal, da können wir sogar eine Nordstreife sogar ausblicken sonst nur Äh, ist jetzt die Frage, also Moment Halt, stopp, bevor wir jetzt hier irgendwas aus Trotz machen Ja, ja, klar Also Ähm Wo ist denn eigentlich So, äh, die sind 10.30 So, die 502 ist aktiv und die Mike-3 ist Harmony So, richtig? Ja So, ja, da sind die, genau Und die 502 ist aktiv irgendwo im Norden Ich sehe sozusagen gerade nicht Äh, die 502 ist gerade DPD Also, äh, der ist die Part Ähm Check Ich meine, ich würde ihn auch gerne im Norden fahren lassen Gebe ich zu Aber macht keinen Sinn Ähm Ja, wir brauchen noch eine Streife in der Stadt wahrscheinlich Wir holen die Mike-Streife rein Die sollen wieder ein normales Fahrzeug besetzen Ähm Ist das überhaupt erlaubt? Ist das genehmigt worden? Äh Also gesehen, ist das ja eine Einzelstreife Naja, die waren damit schon, die waren damit schon unten im Dings Die fahren im Duel, also zusammen Ja, das Leitschiff 4.1.21 Leitschiff, sie kommen Dann können den Auftrag vom Verwahrhof abbrechen Habe ich selber gemacht, schnell Check Hat die Leitschiff also mit Äh, 4.1.4 und 4.1.3 für die Leitschiff kommen 4.1.4 hört Anfahrt zum Verwahrhof entsprechend abbrechen Komm Ja, die 4.1.4 somit und meldet sich aktiv in Richtung MAP 4.1.3 wird ebenfalls kommen 4.1.3 entsprechend ebenfalls Anfahrt zum Verwahrhof abbrechen, komm Hat die 4.1.3, also mit 4.1.3 ist aktiv Check Leitschillende Ja, also gut, wir machen es folgendermaßen Check Check Gut, also Der Torres Äh, soll sie Ähm, mal abholen hier oben Mhm Ähm Und dann, äh, fahren die erstmal in der Stadt Weil wir brauchen in der Stadt jetzt Bei der Stadt, äh, 502 kommt es wieder hoch in den Norden Die Maikstreife haben wir hier oben im Norden aktiv Äh, dementsprechend bräuchten wir erstmal Ne, wie die Mindestanforderungen sind erstmal Gesetzt, das passt Und in der Stadt haben wir ein bisschen zu wenig Dementsprechend, äh Genau Sagen Sie dem Herrn Torres Bescheid Ähm Und der soll ja dann einmal abholen hier oben Und dann fahren so in der Stadt Ja Ja, alles klar Gut Mach ich Perfekt Ja Hey, pass auf Ähm, Streife besetzen Überführungsfahrt Sandy SO Mich aufsammeln Dann fahren wir in der Stadt Äh, ja, okay Alles klar Gut Dann, bis gleich Alles klar Bis gleich Ciao Ciao Einmal beide Info-Outlines übernehmen Komm Ja, check Die 412 mitkommen Die Leitstelle Ende Wenn du auf dem 4-0-2-Aktiv Check Warum fährt jetzt Tobis mit Fairlane? Keine Ahnung Ich hab gerade mit ihm telefoniert Gut, okay Äh Ja, wenn's die Leitstelle nicht aktiv durchgibt Dann kriegen's die anderen nicht mit Da redet er Ja, nein, ich glaube die Ah, der Torres war wieder ein bisschen 414 1020 MAPD Die 286 löst sich aus der 414 Check Check Gut Äh, dann rufen wir uns nochmal den Koskeler an Und dann fragen sie, ob der nochmal rausfährt Dann soll er sie dann mitnehmen Wenn sich der Espinosa da, äh Ja, rausschmeißt Äh Also, ich hab jetzt gerade mit dem Torres telefoniert Und ihm gesagt, er soll Sandy Shores anfahren Achso, fährt er jetzt trotzdem an Okay Ja, das kann Keine Ahnung Ich weiß nicht Ja, rufen wir uns nochmal eben Koskeler an Fragen sie mal Ja Ob der jetzt noch rausfährt Oder ob der jetzt, äh Indienz macht oder sonst was Mach ich Äh, die Mike-Streife hole ich jetzt rein Und sag denen, die sollen auf Autofahrzeug umsteigen Hallo Wunderschön 256 Phoenix hier Äh, ich soll einmal von der Leitstelle nachfragen Ob sie jetzt noch rausfahren Äh Also Streifendienst nein Alles klar Haben wir so mit Ja Super Perfekt Bis dann Ciao Bis dann Ciao Äh Koskeler macht keinen Streifen nicht mehr Ja, alles gut Ähm Wir sind gerade dabei, das zu klären Ähm Kriegen wir hin Äh Ihr könnt in der Stadt bleiben Ja Ja Genau Nein, alles cool Alles gut Ähm Wir sind da gerade am klären In und her schieben Und so Alles gut Ja, bis dann Ciao Ciao So, okay Gut Also Tobas holt sie nicht Habt ihr jetzt gerade Abbeordert Äh Koskeler macht keinen Streifendienst mehr Ja, ja, ja Hab ich gerade gehört Perfekt Was heißt perfekt Aber Ähm Wenn der keinen Streifendienst mehr macht Dann kann ich den ja auch Aus der Liste hier rausnehmen Ja Genau Dann Funke ich mal die 502 an Oder soll die 502 Samme mitnehmen 502 für den Watch Commander Das war schon Nee, war richtig Okay Ich bin schon voll aus Übung 502 für den Watch Commander Komm Kling ich so unheutlich Naja Eigentlich nicht Einmal anfahrt Send ESO Komm Haben wir so mit Komm Check Watch Commander Der Notwurf des LSBD Was kann ich tun Leitschneider für die 560 Komm Die 560 ist bereit Zur Einteilung Komm Ja So mit Komm Korrigieren 560 bereit Zur Einteilung Valeto Ist Oh Okay Okay Gut Okay Alles klar So Dann Schieb ich sie schon mal Hier in die 502 Dann könntest du schon mal rausgehen Ja Dann kannst du in die 502 springen Ja Ja Nicht sonst Sinn Wenn der Payne Jetzt auch einteilbereit ist Ja Ich frage eben wegen Laurent Ja Das Aha Moment Ich meine ja noch Ein wunderschön Hallöchen Du gehst gleich außer Dienst Okay Das ist schon mal gut Ja Aber mir war alles entspannt Bis jetzt Ja Danke 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 für das Willkommen zurück Ja Ja Ebenfalls Ebenfalls Es war zu lang Bin ich ehrlich Ach ja Ja okay Gut Perfekt Ist der Payne Bei dir Kann Kannst du Payne Payne Dann Sagen Dass er Wagen runternehmen Soll Und dann Den Rekruten Kollegen Hier mit Später Perfekt Ich danke dir Also Sandy Sandy ist auf Perfekt Danke dir Bis dann Ja ja genau Bis dann Ciao Wir brauchen einmal Eine Einheit Am Observatorium Dort wurde Eine Person Kannst du mir 402 hinschicken Grundsätzlich 402 Alles klar Komm ich kümmer mich Also der ist ja Die die noch aktiv ist Ja Und die in der Stadt ist 402 für die Leitstelle Komm Einmal das Observatorium Anfahren Ein Herr Brian Delaney Wurde Überfallen Barzeug Flüchtig In Richtung Westen Vom Observatorium Aus Zwei Personen Täter Waren Grünes Karohemd Kurze Schwarze Hose Gekleidet Und Die andere Person Ducke Gekleidet Einmal Anfahren Bitte Leitstelle Ende Ein 67 Check Achja Check Ja Funken Ja Ich hab doch Geschmack Nein Nein Nicht du 502 Tanks 20 Tanks 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 539 Mit einer Überführungsfahrt Zum Sandys So Also Check Phoenix Herr Phoenix Ähm Phoenix Ja Genau Sie Fahren Dann Gleich In Pain Ja Check Gut Perfekt Die sind Auf dem Weg Und dann Läuft das Ganze doch Meine Güte Was ist jetzt Ein Hickhack gewesen Wird ein guter Abend 012 3 Ist üblich Placing Tattos Check Okay Was ist jetzt mit der 413 Ich guck mal wo die jetzt gerade sind Die sind aktiv Ja Sind sie das Später Haben sie sich gemeldet Ah doch da Ja Okay Die fahren da In E-CLS rum Okay Dann haben wir die 414 Die unten am Airport Ist Die 402 502 Aktiv Check So 414 414 414 414 Das ist SDX Weg Hat er sich wahrscheinlich wieder nicht eingetragen Ne Doch Hat er Aber er hat den Header nicht Ich guck mal auf die Header Jetzt Dass man immer das ganze Leitstellenblatt Aktualisieren muss Was macht Tanaka Hallo Hi Hi 502 Wir brauchen die da von hier Von der Sage Was darf ich die Löse her Mal die Rückkehr zu Nein Ich hab die ja wieder aktiv geschickt Scheiße So schnell sind die jetzt gerade Danke dass du da gerade bei warst Ja kein Problem Die sind einfach nur aktiv Ich guck eben Nein da fahr ich raus Ja ich fahr raus Und hol mir die so Alles gut Gut Viel Spaß Viel Spaß So ich muss gleich dringend mal pinkeln Ich hatte nämlich keinerlei Chance Kann ich morgen auch mitnehmen Ja alles kannst du hier lassen Mir ist egal Okay ähm Können sie dann einmal Äh Die Notruf Ja ausnehmen Die Die Hotline Äh 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 Notruf Notruf Ja und auf geht's Ich seh die Minuten Ja Ja Maximal 5 Mach nicht den Laurent Wer jetzt ich? Nein er Mit 20 Minuten auf dem Scheißhaus sitzen Achso Ja ne Dann hol ich ihn da höchstens nicht runter Wärs er was machen? Er soll nicht 20 Minuten auf dem Klo sitzen Ja weil Laura saß oben auch gerade Ja tolle Themen ne Das ist doch wie Spieler Einfach nur einen kleinen Böller oder sowas in die Schüssel legen Und der Oh Hängt das schon von selber So Alles klar ich hab nichts gesagt Gut ich will rausfahren jetzt Wer fährt Wenn wir fahren Ja Alles klar 4.02 wieder aktiv nach 10.30 mit am Schaus-Observatorium Check Verstreifen mit Teller ja Ja eingetragen seid ihr Ne Machst du so ein Streifen dann richtig und dann Ja ja Ansonsten gibt's auch den Finger Ja ja Wenn wir sehen Schön Ah da sind sie Perfekt Ja Ah wunderbar Perfekt Ja wundervoll Dann Ich war's draußen ne Jo Bis dann Bis dann Was machen die jetzt Arma Womit hab ich das verdient Gott Himmel und Zwirn Womit habe ich das verdient Frag mich nicht Hallo Miss Hill So sieht man sich wieder Freut mich Wunderschön Ich erinnere uns an unsere super gute Nacht Streife Wo wir Robby Williams gesungen haben gemeinsam Du hast Robby Williams gesungen Mit Gwendoline haben wir Robby Williams gesungen Was Ihr beide habt Ich liebe dich Hab einen angenehmen Abend Schönen Abend Kann ich nur zurück Ich gebe Bussi Du willst du fahren? Ich kann den sowieso nicht machen deswegen Tja Du wirst halt für der Beifahrer sein Ja geil Wie weit ist es? Wann kannst du sagen Officer Felix Meldet sich zum Dienst Ich bin Ich bin 2.6 da Ich habe jetzt Hälfte Durch Am Dienstzeit Gibt es kein Bonus Dass du schon mal warst? Äh ne Check Gibt auch keinen Bonus Für Ex-Co-CEO Von Lock and Load Ja das habe ich gesehen Gibt es noch mal was losgehen würde Wenn die Sicherheitsunternehmen hier richtige Schusswaffen hätten Äh ja Ah nun Irgendwas stimmt mit der Beleuchtung heute mit den Ähm Aber Körpers nicht Nerd Passiert Ah ja Dann gucken wir mal was heute abgeht ne Spätschicht im BCS Oh Bad Boys Bad Boys What you gonna do What you gonna do When they come for you Ah check Ender 539 aktiv Check Also ist ja jetzt schon mega abend ne Weil äh Auslastung Quasi nicht da Wie Der Stadt oder was? Ja wir haben 3 PD Streifen Davon Ja Da ist schon ein Deputy drin Äh Und Bier SD Streifen Na SD wieder mal am Overload hier Ja Ja Und äh Davon eine Ich bin aktuell Sargent Anwärter Sargent Ja ich muss jetzt Ich habe die Module alle durch Wo genau nochmal waren die Ah es ist eine Person nur auf dem Roller die flüchten will also ganz ehrlich Also ganz ehrlich Ach scheiß Tongva Valley ist Stadt jetzt also Tongva Valley ist noch in der Stadt aber wir hätten da theoretisch auch anfahren können Tongva Valley unterstützen wir oft Äh Richtung Süden Ja David hast du den Roller vielleicht an jemanden ausgeliehen? Äh ne habe ich nicht Aber der Der knattert so richtig schön weißt du Mit so'n Alter? Ist so'n So'n Paggio Mod Roller wiegt ab Richtung Hmm Hmm Klar ich hätte auch den Liquor Store genommen und ja Was? Ne das ist nicht Richtung Also mit dem Roller würde ich über Gassen abhauen und nicht über die Hauptstraße Gerade weil ich weiß mit dem Roller komme ich so so enge Gassen komme ich besser rein als Streifenwagen Hmm Ist gar den Gassen unter dem Ehren der Päroprager? Es ist einer von den Vagos Ne ehemalig Könnte sein ne Na ja klar also beim Roller muss man schnell zum Stillstand kriegen weil Klar weil viele unterschätzen dass viele sagen so ach ein Roller was macht schon ein Roller aus ne Aber Vortricht Ähm Was die an Geschwindigkeit nicht haben haben die sehr krass an Beweglichkeit Ja Einfach Das heißt ein Schwupps in der Gasse und dann machst du mit deinem SUV gar nichts mehr Ja Drive by Tazern direkt einfach Ich glaub das machst du nur einmal Glaub ich auch Das Problem ist was willst du machen Pitmanöver ist zu krass mit dem Roller da bringst du den Fahrer um Ja Das ist auch nicht recht zu fertigen mit so'n kleinen Roller so ein Pitmanöver durchzuziehen Ähm Weil Ich will den Fahrer auch lebendisch kriegen bitte Willste Okay Ich geh mal vor so'n Pitmanöver mit so'n Kerber Kerber Junge Ja Gut Ich glaub dann pitzt du nicht da fährst du einfach nur drüber Wieso eine Bodenwelle Wupp 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 Und deswegen Na ich weiß nicht Ja schwierig ne Ja Ja Übrigens kann sein wenn wir einsätze bekommen dass ich sie mit anfahre ähm oder wenn wir ein Einsatz Jetzt rein bekommen und wenn wir übernehmen dass ich direkt die Einsatzleitung übernehme das brauche ich halt Ja Für meine Sergeant Erfeilung Ja Aber ich hab bock drauf Ich will das machen Einsatzleitung macht mir tatsächlich bock Ja Ja ist ja auch eigentlich ganz cool Oh wir haben nen schwarzen Helion hinter uns Ne Dapsen heißt das Nö kein Helion Oder Ah ich weiß wer da drin sitzt glaub ich Robert Judy Ähm Warte Ja Ja Winston Ricks ist der Fahrer Beifahrer Emily Mellon Äh Ja Die werden uns jetzt verfolgen Warum Die wollen meine PD Nummer rauskriegen Sind eigentlich Freunde von mir Aber wie auch immer die wissen dass ich in der Nordstreife sitze Wenn die aus freundschaftlichen aus freundschaftlichen Spaß dann eine PD Nummer rausfinden wollen Und die Überstoppfahrer kriegen die von mir die volle Strafe Dann könnt ihr euch gerne nen Bericht drüber schreiben Naja das äh Ist auch so ich find's nur interessant Dass die rausgefunden haben dass ich wohl in der Nordstreife sitze Wer ist über Stopp gefahren Mhm Wer ist grad einmal über Stopp gefahren wenn er jetzt nochmal über Stopp fährt Zwischenhaus Hab ich nämlich Vorsatz bekundet Weil er muss anhalten Ja Ja Machst du dies nicht raus? Ja jetzt ist er nochmal über Stopp gefahren Ok wir hatten die gleiche Idee Magst du vielleicht die 1026 machen? Mach ich auch Ja Ja Sag dass die im Fahrzeug auf weitere Anweisungen warten sind Ja Das Blaine County Sheriff Office einmal den Motor abstellen Und warten sie auf weitere Anweisungen Äh Check mal das Bild Äh Ja Warte Die 539 mit einem 1026 in Paleto Bay Am Ammonation mit einem schwarzen Dubstar 2 insessen Der hat den Motor noch an Weg Motor noch an Ich Äh FMP Nein FM965 Guck mal M nach Hat der den Motor wirklich noch an? Ja der hat den Motor noch an Der hat den Motor noch an Der schalten sie den Motor ab Der war doch aus Der war nicht aus Bei dem ersten Stoppschild habe ich das nicht gesehen ob die überfahren haben Aber den zweiten habe ich auf jeden Fall gesehen die dritte Ja ich habe die auch gesehen F 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 wunsten ricks ja nichts offen oder wunsten dass wir kurz schauen ja lass mich kurz schauen missachtete ein stopp schild 22 5 da also nicht mehr relevant wobei 22 5 ist stopp schild so das ist eine gute frage musste nachgucken 250 ja gut ich meine hat innerhalb der letzten 30 tage sowieso ein stopp schild überfahren die 150 dollar von mir das war nämlich vorsätzlich gut dann werden wir noch mal wenn der volkabanz kasten nicht hat dann kriegt ihr von mir 250 dollar ja perfekt auf milos hat noch eine rechnung mit uns offen moment dann der fahrer einmal aussteigen und auf die beifahrerseite treten als der motor anhatte übrigens die waffe aus meinem holster wunderschönen guten abend zur der beauty pain die 62 von blank und die sheriff's office ich habe sie angehalten dass sie über zwei stopp schilder gefahren sind sie sagen ich würde sich bitte beide kurz mit ihrer pd nummer vorstellen die 56 wunderschön 256 wir sind dann über der stopp schild gefahren beim zweiten ja richtig hätten ihr ihr hinteres rücklicht war kaputt und deswegen war ich da verwirrt das hat mich irgendwie geblendet oder so glaube ich vielleicht deswegen hier vorne drüber ok trotzdem müssen sie über der stopp markierung anhalten so dafür kann ich vorbei ok alles gaben sie für euch haben das noch was für mich vielleicht ich kann mal kurz gucken ich gebe den führerschein ist ok na na so haben sie passen was nicht dabei sie sind nein wir haben nicht dabei ja genau das tue ich ja indem ich einen führerschein dabei habe das reicht tatsächlich ich habe den zu hause sie kann mich gerne nach hause begleiten dann zeige ich ihnen da dem da aber ich kenne sie ja wirklich ich weiß was sie sind perfekt ich bin tatsächlich auch ein großer fan von ihrer arbeit es funktioniert so nicht dieses gespräch kann ich über ein stopp schild fahren dann sind wir hinten dann fahren sie noch mal über den stopp schild also das ist schon ein bisschen vorsatz nein definitiv nicht kein vorsatz natürlich kein vorsatz ok also ich sag auch immer noch ich bin vielleicht ein stopp schild gebe ich ihnen ich bin mir sicher ich bin nicht über beide gefahren ok mein kollege hat auch gesehen dass wir über das zweite gefahren sind mir sehr sicher ich weiß nicht ob er das wirklich richtig gesehen haben kann ok haben sie verbandkasten dabei mit sicherheit ich kann ja natürlich klar habe ich zum kofferraum dafür gehen ja dafür sind 3 13 13 üblich stadtpark haben wir da vorne so einen verwandtskasten mit sicherheit kann ich ja können sich ja irgendwo da haben wir mal rein gesteckt einstecken ist da ich weiß perfekt so ja ich zeige ihnen gerne mal ich bin immer hier rüber bitte schön alles klar das sieht tatsächlich so weit gut aus das ist ja perfekt dann passt das zumindest würde ich sie tatsächlich trotzdem einmal wegen diesen beiden stopp schildern die sie überfahren vor ein ticket schreiben das sind tatsächlich ja das ist eine lüge also sie sind tatsächlich schon mal aufgefallen zwecks der stopp schild überfahren 22.5 da wurde mir aber nichts irgendwie ausgestellt oder so da haben sie eine verwandung bekommen die werden bei uns trotzdem das ist aber eine verwandung gewesen wo mir mal gesagt ich bin über einen stopp schild gefahren in der einzelstreife daran erinnere ich mich noch und ich bin mir sicher ich bin gefahren genau wie ich hier gerade gesagt habe ich bin ich über stopp schilder gefahren also das ist mein kollege sind uns sehr sicher dass über zwei stopp schilder gefahren sind deswegen beträgt das ticket 150 doll entschuldigung ich frag mal kurz meine kollegen bin ich mal zwei stopp schilder gefahren nein ja also wir haben ja echt ein problem ich hab kein problem zahlen sie das ticket oder zahlen sie das ticket nicht dann sind sie unterrest für 150 das kann ich nicht sagen wir fordern supervisor an der da ist der kommt gut dann würde ich das gerne mit dem größten vergnügen für sie perfekt mit dem fahrzeug sitzen bleiben den verbandskasten wieder im kofferraum packen das kann man keine lobe leitstelle für die jetzt ja die werden nicht weg also wir haben wir haben vor allem haben wir mindestens zwei stopp schildern ja sondern machen verkehrskontrolle falsch gehandelt kannst du mir was zu essen mitbringen danke woher wussten die dass der wird in der nordstreife sitzt nicht 13, 20, Cennig, so. 15, ich hoffe. Check. 4, 3, 3, 6, 20, Hingang, Tag, Standort. Check. 5, 2, 1, 0, Überführung, Straf. So, MD. Was passiert, wenn ich einfach aussteige? Gut, keine Antwort ist auch eine Antwort. Sehr vielen Dank dafür. Gedulden Sie sich noch einen kleinen Moment, die Kollegen sind gleich da. Kein Problem, darf meine Mitfahrerin aussteigen? Hier ist ein bisschen schlechte Luft im Auto. Geht von den GV aus? Eigentlich nicht. Gut, dann steigen Sie aus, aber bleiben Sie am Fahrzeug. Ja, ich lauf schon nicht von meinem Auto weg. Wer weiß, was ihr damit macht. Das letzte Mal, als jemand von mir weggefahren ist, hatte der Wagen zwei Plätze. Ich gehe nicht davon aus, dass was passiert, aber, also vor allem nicht, weil ich gerade daneben stehe, aber, ähm, merkte die Namen mal, ja, werden die, ähm, aber merkte die Namen mal, es könnte sein, dass die, ähm, Sachen dabei haben. Ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt was dabei haben. Deshalb telefonieren. Ja. Ich bin viel zu freundlich gerade, ne? Theoretisch könnte ich den mit dem Hertha umgehen. Ja. Frau im Auto sitzen lassen, ihm einfach anweisen, telefonen, weil polizeilich eine Maßnahme. Ach, sollen wir den nach Telefon wegnehmen? Ist deine Entscheidung. So, ich würde Sie bitten, Sie befinden sich immer noch in einer polizeilichen Maßnahme. Ja, aber ich muss gerade mit meinem, äh, mit meinem, äh, mit meinem Anwalt sprechen, weil Sie ja einen Supervisor zu müssen. Ja, Sie können ja, Sie, das ist, wir reden hier von der Ordnungswidrigkeit, da haben Sie so oder so kein Recht auf den Anwalt. Das können Sie im Nachhinein dann klären, Sie können ja unsere Administration dann anschreiben. Perfekt, danke schön. Warum schreien Sie denn jetzt so? Warum schreien Sie denn so? Bleiben Sie doch mal entspannt? Ich rede immer so. Das ist nicht immer das nett, wenn wir hier in einer ganz angenehmen Situation gerade sind. Angenehm sehe ich das nicht. Ich finde das schon so ein bisschen dreist, dass Sie hinterherfahren und da zwei Stoppschilder missachten. Das ist Ihre Meinung, aber ich habe Ihnen gesagt, ein Stoppschilder habe ich vielleicht mitgenommen. Das ist nicht meine Meinung, das ist das Straßenverkehrsordnung. Ja gut, aber guck mal, Sie sagen, ich bin hinter Ihnen gefahren, das ist nicht so sicher, dass ich zwei Stoppschilder fahren habe. Eins hinter mir und eins vor mir. Ja, aber wie kann das sein, dass ich meinen Anwalt nicht anrufen darf, wenn mir doch hier gerade eine Strafe droht? Sie werden ja nicht belehrt. Wir reden hier von einer... Sie verhaften mich, wenn ich die Strafe nicht bezahle. Das ist, ja, das sind die Ersatzhafteinheiten, wenn die Strafe nicht bezahlt wird. Aber grundsätzlich reden wir, wenn Sie jetzt nicht auflegen, nehmen wir Ihnen das Handy weg. Hallo. Letzte Aufforderung, legen Sie auf. Mir wird gerade angedroht, das Handy wegzunehmen, weil die Beamten meinen, ich dürfte in dieser Polizeikontrolle nicht mehr mit einem Anwalt sprechen. Letzte Aufforderung gesagt, legen Sie auf, sofort. Das wäre sehr nett, wir stehen gerade in Kalito. Legen Sie sofort auf, sonst nehme ich Ihnen das Handy weg. Ich lege mal kurz auf, wir sind beim Reinfahren. Ja, mein Anwalt kommt vorbei, perfekt. Ja gut, der Anwalt wird sich diese Maßnahme nicht einmischen, sonst gibt es eine Präventivhaft. Ist das so? Das ist ja, also es ist ja fantastisch, was hier gerade passiert. Sie können hier nicht machen, was Sie wollen, Sie sind hier in einer polizeilischen Maßnahme. Sie warten, bis die Kollegen hier vor Ort ankommen. Genau, und trotzdem habe ich als Bürger dieser Insel, habe ich hier Rechte. Und die sind auch für das LSPD nicht außer Acht zu setzen. Ja, aber Sie wissen auch, was in einer polizeilischen Maßnahme stattfindet, so steht das auch im Polizeigesetz. Ja, das ist korrekt. Aber trotzdem habe ich ja das Recht, meinen Anwalt zu kontaktieren. Das muss ja so sein. Das können Sie nach der polizeilischen Maßnahme machen. Gut, das Ende der polizeilischen Maßnahme sieht aktuell aber vor, dass ich in Ersatzhaft muss, wenn ich 150 Dollar nicht bezahle. Das ist ja mein Problem. Das ist richtig, Sie warten die Maßnahmen ab. Sie können immer noch Rechtseinwirkungen machen nach dieser Maßnahme. Nachdem ich also in Haft gesessen habe, darf ich mich damit... Das ist sehr interessant, tatsächlich. Gern im Nachhinein Beschwerde anreichen. Ja, das machen wir. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihm mehrfach gesagt, er soll das Handy weglegen. Der hat gesagt, sein Anwalt kommt jetzt hin. Er hat kein Ahnenrecht auf einen Anwalt. Das ist ihm scheißegal. Das ist mir auch scheißegal. Ich habe ihm auch gesagt, wenn so ein Anwalt herkommt und die Maßnahme stört, stecke ich den in Präventivhaft. Habe ich denn so gesagt? Welcher Paragraph ist das mit dem Anwalt? Was war das nochmal für ein Paragraph? Das ist mir egal. Es handelt sich um Ordnungswidrigkeit einfach. Ist mir egal, geht's hier nicht. Wir atmen alle tief durch. Mein Gott. Jetzt komm runter, Fabian. So, wo ist denn der Paragraph mit dem Anwalt? Da kommt wahrscheinlich der Anwalt. Mir egal. Boah, ich sehe schon was auch. Ja, nochmals. Ich möchte bitte einmal den Paragraph. Habt ihr den Paragraph jetzt zur Hand? Ja, hab ich nicht. Befangenheit, Berufung, Kommission, Beschwerde, wo ist denn das her? Blablabla, blablabla, blablabla. Ach, ja. Bin dann noch einmal am Handy, ist nämlich in das Handy ab und setze ihn in den Streifenwagen rein. Hat man den Backup noch. Aber, äh, soll ich nochmal kurz briefen? Ich hab schon ausgeprägt, weiß ich mir schon, was du mir geprüft hast. Okay, okay. Chill. Mein Gott. Hallöchen, Sheriff, Tramley hier, wunderschön. Äh, David hat gesagt, die werden wahrscheinlich in Zukunft mehr Ärger machen. Ja, kann sein, ja. Auf welcher Grundlage? Äh, es handelt sich um Winston Riggs und Emily Malone. Eigentlich Freunde von mir. Wenn man das so nennen darf. Ähm. Ich kann einer reden, danke. Also, ich hab nicht gehört, dass... Nee, weil Fabi... Okay. Er ist jetzt mal still und du redest. Was ist mit dem? Ja. Äh, wie gesagt, Winston Riggs, Emily Malone, äh, könnte sein, dass die, also jetzt gerade sehr wahrscheinlich nicht, aber dass die in Zukunft Sachen oder sowas dabei haben. Ähm. Ähm. Moment, der hat gerade noch was mit der Rekord. Die, die theoretisch Gefahrenpotenzial bieten, Sachen wie Schlagringer, Klappmesser, etc. Einfach, ja, als immer ist. Also, jetzt gerade werden die nichts dabei haben, aber... Aber ist ja gut zu wissen. Ja. Ja, gut. Äh, ja. Du hast das Recht. Welches Recht? Das Handy abzunehmen. Ja, das ist er sowieso. Äh, und Stress machen würde, den Anwalt auch in Präventivhaft zu setzen. Das habe ich dem auch so gesagt. Wenn der Anwalt die Maßnahme stört, setze ich ihn in Präventivhaft. Ich habe ihm gesagt, dass es nur Ordnungswidrigkeit ist, dass er kein Recht auf den Anwalt hat und wenn er sich beschweren will, dass er am Ende an die Administration einen Antrag stellen kann und auch wenn er in Haft gesteckt wird, dass er nach seiner Haft auch einen Antrag stellen kann. Ja, schriftlichen Antrag an die Administration. Genau, so habe ich das gesagt. Mein Gott, die Leute... Aber sieht er nicht ein, weil er hat ja Rechte, wenn er verhaftet wird, aber die Leute vergessen, er ist kein Tatverdächtig, das ist keine Tatverdächtigenverhaftung, das ist eine Verhaftung, weil eine Strafe ausgestellt wurde. Ja, so, und jetzt... So. Ja, ja, klärt das mal. Der Sheriff klärt das. Wir chillen hier mal ein bisschen. Einen wunderschönen guten Abend. Meinst du, Hannes Deiner wird heute noch aufhören? Boah, gute Frage. Die waren gestern mit dem Boottruck, waren die uns im LST. Warst du noch oben bei Weimelpol? Ne, war ich tatsächlich nicht mehr. Du hast das Ende von Kaya Winters verpasst. Die hat so schön gesungen. Die hat auch hier... Von Pink hat die... Die macht das ja immer. Ist der uns am Spot? Der... Also... Ich sag's dir ganz ehrlich, der Anwalt weiß ganz genau, dass er gefickt ist, wenn er jetzt hier anhalten würde und stören würde. Kein Anwalt der Welt wäre so dumm und würde sich hier einmischen, außer so ein Henker. Ja. Aber ein Henker sind auch Gesetze scheißegal. Ja, aber der wird nicht Henker rufen. Ne, wahrscheinlich Kaya oder so. Ich glaube, das ist der Anwalt. Oder? Oder der will Munition kaufen. Ich gehe davon aus, das ist der Anwalt. Glaube ich auch, weil... Das wäre Zufall. Ich würde mal sagen, wir lassen den jetzt mal nicht zurück, ne? Ich zieh Handschuhe an. Ja, ich habe schon an. Ja, das ist der Herr McCoy. Einen wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Abend. Ja, wir sind die Anwälte von... Das ist sehr schön. Das freut mich, dass Sie das freut. Das ist schön. Was wird meinem Mandanten denn vorgeworfen? Hier findet gerade aktuell eine polizeilische Maßnahme statt. Sie können mit Ihrem Mandanten reden, sobald diese Maßnahme beendet ist. Das ist sehr schön, das habe ich Sie aber nicht gefragt, ehrlicherweise. Ich wollte einfach nur wissen, was Sie ihm vorwerfen. Also, es muss ja irgendeinen Grund für diese Maßnahme geben, wissen Sie? Deswegen dachte ich, frage ich das nicht nach. Also, zum aktuellen Zeitpunkt bin ich Ihnen nicht befugt, weitere Einzelheiten zur Maßnahme zu geben. Komm, so durch. Der Anwalt kann durchkommen. Das ist okay. Ah, er kann doch durchkommen. Das passt. Ja, ja, das ist in Ordnung. Er kann nur durchkommen. Aber... Dankeschön. Hört nichts. Ja. Also, sorry. Ich verstehe diese Appeasement-Politik nicht. Ach, keine Ahnung. Wir haben doch eine Null-Toleranz-Politik im Norden, stimmt das? Im Ganzen San Andreas-Police-Department herrscht eine Null-Toleranz-Politik. Ich hätte ihn ja gerne schon angeschissen, als er die Handy in die Tasche genommen hat. Deswegen verstehe ich diese Appeasement-Politik nicht. Dass der jetzt rein darf. Was soll denn das? Absolut keine Ahnung. Miau. Ich habe auch schon Rebecca gesagt, ich gehe auf 200 Dollar hoch, oder so weiter. Weil er nämlich auch noch Behinderung bei Beamten während der polizeilichen Maßnahme, weil er das Handy nicht weggelegt hat. Theoretisch, ja. Gibt es eigentlich irgendwas, was man ihm reindrücken könnte, weil er es wirklich sehr in die Länge zieht? Behinderung der Beamten bei Ausführung der polizeilichen Arbeit. Na gut, das stimmt. Behinderung der Beamten bei polizeilichen Maßnahme. Wenn ich auf 200 hochgehe, heißt es 100 Haftanhalten, wenn er nicht bafft. Sonst sitzt er aktuell bei 75 Hais. Ja, ne? Also eigentlich, Anwalt hätte direkt weggeschickt worden können, weil es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit. Ich hätte jetzt gesagt, Sie mischen sich in diese polizeilichen Maßnahme nicht ein. Sie haben das Recht, und das wissen Sie eigentlich als Anwalt. Ja, aber... Wenn Sie hinein über das San Andreas Police Department der Administration eine Berufung einlegen können. Ja. Aufgrund des Falls innerhalb von 48 Stunden. Und wenn sich das berichtigt, dann bekommen Sie Ihre Wertentschädigung, wenn nicht, dann nicht. Ja. Und jetzt entziehen Sie sich der polizeilichen Maßnahme, sonst kriegen Sie von mir einen Platzverweis. Ja. Ja, du weißt, Anwälte stellen sich extra rum in dem Moment. Ja, und wenn er einen Platzverweis kriegt, dann setze ich ihn ins Auto, wenn er nicht weggehen will. Solange wir die Maßnahme nicht beendet ist. Und was dachte Sie, Leitstelle kommen? Also, ich hätte das, ich hätte da jetzt, wäre er jetzt hart vorgegangen. Sorry, aber... Kann ich komplett verstehen, du. 100%ig. Für mich ist das erstmal ein Außenstehender, weil er hat nicht das Recht auf einen anderen. Ja. Und deswegen bin ich auch nicht befugt, Ihnen irgendwelche Informationen zu geben. Aber es ist mir jetzt gerade wieder zu verlass, wie das gehandhabt wird. Sorry, meine Meinung. Ja, definitiv. Ich bin zu 100% bei dir. Aber hey. Bald bist du ja Sergeant. Wenn du so eine Situation kriegst, dann regelst du das andere. Ja. Nee, aber nee, wir müssen mal einen Supervisor rufen. Ja, ich weiß. Solchen Leuten biete ich schon im Voraus gerne den Supervisor an. Mach ich immer klar. Ich weiß, dass in 90% der Fälle Rebecca auf meiner Seite ist. Und wenn nicht, dann lerne ich ja aus der Situation raus. Na ja, dann stehe ich aber auch da mit dem Rückgrat. Ja, und jetzt ist es halt wirklich unnötig. Weil er hat kein Recht auf einen Anwalt. Hat schon einen Supervisor vor sich stehen. So, Sie können hingehen. Sie können über 50 Dollar abhandeln, ja? Hat doch funktioniert. Ja, auf geht's. 410F für die Leitstelle kommen. Die Kollegen Ihnen gleich selber sagen. Das sind die beiden, oder wie? Ja. Die Kollegen dem Herrn auch McCoy auf einmal die Dienste mal sagen. Genau, dass ich das einmal protokollieren kann. Das wäre wunderbar. Das ist einmal bitte sehr, die 562. Dankeschön. Und der andere her? Ja, bitte sehr, die 256. Dankeschön, sehr freundlich. Alles klar. Vielen Dank. Gut, also Sie zahlen dann soweit die 150 Dollar? Genau. Aktivrichtung. Alles klar. Dann würde ich Sie mal bitten, zur Seite zu geben. Vielen Dank. Kommen Sie kurz mal hier mit. Ich weiß, manchmal wirklich vielleicht ein bisschen harsch, aber das ist auf Grundlage meines Jobs. Ich sage das übrigens auch, dass das jeder hier hört. Das hat nichts mit irgendwelchen persönlichen Sachen zu tun. Nicht, dass Sie es wissen. Genau. Einmal mit. Also, Sie müssen natürlich auch verstehen, für uns als Deputies und als Officer an einem Einsatz fort, je mehr Leute für uns kommen, desto wir schätzen die Situation immer nach Gefährlichkeiten. Dementsprechend, auch wenn jemand am Telefon ist, achten wir darauf, es geht da tatsächlich eher um unsere Sicherheit und nicht, dass wir sie in ihren Rechten einschränken. Ich habe meine Arbeit, ich schätze die Arbeit, die sie machen, deswegen, das ist nicht damit, das ist einfach hier eine Grundsatzsache, die hier dann einfach regelt werden soll. Sie haben ja auch ihre Rechte, das wollte ich Ihnen dann auch mal zahlen, Sie können da ja einrufen. Gut. Dann bedanke ich mich, Sie können sich dann gerne noch besprechen, also von der Maßnahme sind Sie alle dann soweit befreit. Ich würde Sie nur bitten, wenn Sie losfahren, einfach für die Sicherheit, wenn Sie einsatzlich sein müssen. Na, ungehindert dessen wünsche ich Ihnen trotzdem noch einen angenehmen Abend. Före ich Ihnen auch. Tschüss. Okay. Ich weiß nicht, wenn Sie einmal kurz hier seitlich parken, dann können wir uns einfach noch mal in Ruhe unterhalten. Wird Sie noch einen schönen Abend, ja? Ebenfalls. Bleibt sich sicher. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Rösteht ihr noch eine Nachbesprechung, oder? Ja, ich weiß nicht, was du halt willst. Lass einfach hier warten, mach die Lichter, achso, die fahren ja eh noch nicht weg. Lass ihn einfach zur Seite fahren. Ob Lichter an oder aus. Also uns, Sie können auch soweit weiterfahren. Er will ja noch mit seinem Anwalt reden. Achso. Deswegen fahren wir zur Seite. So. Ja. Alles gut, Peng. Also, es ist so gut, dass du uns gerufen hast. Aber primär haben die übrigens den Anwalt, ne? Ja, die haben sich noch absichern lassen. Der Anwalt darf, die dürfen, haben recht auf den Anwalt tatsächlich. Echt? Ja, ja. Also, der kann daneben stehen, wenn er will, aber er hat halt die Klappe zu halten. So wie ich jetzt gerade, ne? Weil sie, er meint, ja, mein Anwalt, ich so, nee, der Anwalt kann gerne zuhören, das war's. Ja, meistens wollen sie ja, dass dann der Anwalt redet, aber der Anwalt... Ja, ist mir egal. Soll halt... Kann der Anwalt ja reden mit sich selber oder so. Aber primär... Ach, Kass, die dürfen sich gar nicht in die Maßnahmen einmischen, weil es da auch so stehen ist. Darf er ja nicht. Ja, einmischen darf er ja nicht. Er kann daneben stehen, aber die Klappe halten. Als Rechtsbeistand, das ist okay, ja. Da sollte die Staatsanwaltschaft gerade, aber Frau Wolfsgarten, aber... Ja, dann müssen wir das mal kommunizieren. Müssen wir das mal kommunizieren, ja. Da war's mein Fehler. Ja, alles gut. Ich war jetzt auch nicht gerade sicher, ich habe mich nochmal angerufen. Aber alles gut. Ist auch richtig so. Und wichtig ist immer, Payne übrigens für nix, ne? Wenn du sowas hast, ne? Deswegen hab ich gerade... Nimmt euch die Paragraphen raus, weil... Ja, okay, ja. Paragraphen, da könnt ihr jetzt gehen, sagen... Weißt du, gerade eben, wir haben hier... Damit kannst du ihn mundtot machen. Er kann nichts machen. Er hat rumgeholt, ja, aber ich so, ja... Ja, Winston. Winston Riggs, Emi, sind über zwei Stoppschilder gefahren, haben irgendwie rausgefunden, dass David in der Nordstreife sitzt. Wollten halt die Dems nochmal rauskriegen. Ja, ich glaube mittlerweile, das, was mir so beigebracht wurde, ich soll nicht lange rumdiskutieren mit denen. Ich sag den Clown deutlich, was ist. Ich war tatsächlich trotzdem noch sehr nett zu denen, weil ich hätte denen eigentlich schon viel früher das Handy ablachsen können. Ich habe jetzt auch zu mir hingegangen, kurz gefragt, was jetzt das Problem ist. Und dann diskutiert habe ich gesagt, so sieht's aus. Er hat dann nochmal angefangen und gesagt, ja, nee, so und so sieht's aus. Entweder entscheiden sie sich jetzt, ansonsten kommen sie mit. Weil er sagt zwar, er redet mit einem Anwalt, aber für mich ist es ja erstmal ein Sicherheitsrisiko, wenn er das Telefon geht. Scheißegal, gibt's nicht. Ganz einfach. Auch wenn er mit dem Anwalt redet, ich muss davon ausgehen, erstmal eine Gefährdung, die ich habe, ne? Ja, und so, der fällt ja schon das zweite Mal vorbei. Ja. Ja, das dritte Mal. Das dritte Mal. Der schlagt. Der schwarze Sportwagen. Wo wir gedacht haben, das wäre der Anwalt, wo wir gedacht haben, das wäre der Anwalt, aber der war das nicht. Nee, das war vorher ein anderes Fahrzeug. Kannst du uns mal weiterfahren? Ja, ich schreib die Akte dann einmal. Ja, macht das gleich im Auto, ne? Ja. Naja, zumindest musste ich nicht die Schusswaffe benutzen, das ist doch schon mal ein Anfall. Soll ich uns jetzt aktiv melden oder irgendwie direkt 1020 hier erstmal? Ähm, wir fahren hier mal irgendwo hin, wo wir uns zugestellen können. 539 hat die 1026 beendet und ist 1020 westlich Brunus Pitstop. Ich finde aber voll und ganz in Ordnung, dass ich so harsch bin. Ich bin da nicht mehr harsch geworden. Nö, das ist einfach nur strammer Ton und wenn ihm das nicht passt, dann ist das seine Sache. Also harsch war bei Milosch, da habe ich ihn angeschrien, dass er aus dem Auto steigen soll. Ja, nee, nee, das war definitiv nicht. Ja, das mag gut sein. Ich kann Winston voll und ganz verstehen, aber ich weiß nicht, der Sheriff, wie er das gesagt hat, müssen wir immer mit irgendwelchen Paragraphen herkommen. Ich meine, muss ich wirklich vor ihm stehen? Und die Paragraphen hätte er eigentlich in der Fahrschule lernen müssen. Ersten, nee, ich meine hier gerade, was eigentlich gemeint ist mit der Anwaltssache. Wo ich mir die Frage stelle, wo ich mir die Frage stelle. Und ganz ehrlich, bei so jemandem bin ich nur wütend geworden, weil das schon ziemlich kacken Geist mit den zwei Stopp-Schildern war. Ja, vor allem danach noch so, ja, der Kollege hat ja auch eine Sonnenbrille auf, so, ja, und deswegen kann ich nicht gucken, oder was? Aber wie war das Kennzeichen von dem Auto, du weißt das, ja. FH926 oder so, lass mich kurz nachgucken. Das ist ein Dubster, glaube ich, ne? Ja, schwarzer Dubster mit lilan-Poll-Effekt. 1, 8, für die Leitstätte kommen. Äh, nein, das war es nicht. Ihr aktueller Status kommen. Nein, das war es nicht. Ach, ich gucke einfach beim Lone ran. 2, 21, Community-Police kommen. 6, Leitstätte hinter. 5, 1, 7, 10, 20, 11, 11, 12. 12. Ja, nimmst du mal nochmal? Bitte? Nein, Dienstnummern noch? 2, 56. Übrigens, ich hab mal was mitbekommen. Ach, FH. Ihr sollt nicht, ähm, Akten bearbeiten. Wurde mir gesagt, also als Rekruten, das heißt, ich soll dann die OV-Sin-Zone ganz lang machen. Achso, ja, gut. Er ist der Streifer von 1560-256, ähm, hinterher gefahren und ist hinter... der Streife über ein Stopp-Schild gefahren. Hast du ja auch gesehen. Ja, das hab ich auch gesehen. Wenn er das Fahrzeug überholt hat, fuhr es ebenfalls über ein Stopp-Schild und wurde am Paleto Ammonation gestellt. Äh, Kennzeichen hab ich. Ja. Äh, FH-965. FH-965, schwarzer Dopsalida Pearl, anwesende Officer, 5, 62 und die 2, 50. Abgenommene Gegenstände nichts, untersuchungshaft nichts, abgenommene Gegenstände zu alles bekommen. Jetzt ist es so, mein Gott, Alter, dafür, dafür in den Knast fast gegangen, Alter. Irgendein Scheiß-Stop-Schild, ey, das ist echt... Ich kann nicht mehr. Ich mach schon mal mein Handy stumm, ne? Das ist so ein Punkt, wieso muss ich den Leuten die Gesetze vorkauen, wenn die Leute die Gesetze nicht verstehen? Ähm, sorry, ich versteh, ich versteh den, äh, Sheriff, und, äh, klar, in der Sergeant-Ausbildung heißt auch, ich muss die Gesetze gut kennen. Aber ich muss sie gut kennen, und wenn ich weiß, ich mach das gerade richtig in dieser polizeilichen Maßnahme, gut, dass ein Anwalt daneben stehen darf, äh, das wusste ich jetzt nicht ganz. Das wusste ich aber auch nicht, ja. Aber ganz ehrlich, wenn die während der Maßnahme nicht ans Telefon gehen dürfen, dann können die auch keinen Anwalt kontaktieren. Ja, einfach, weil es ja jetzt bei einer Maßnahme einfach durchziehen, dass die nicht ans Telefon gehen. Ja, nächstes Mal zieh ich das auch durch. Ja. Sorry, aber kein Blümchen pflücken mehr. Ja, dann gehen wir jetzt wieder aktiv, oder? Ja. 539, aktiv. Ich weiß aber, dass er dabei stehen darf, dass, das, äh... Finde ich auch interessant. Er darf dabei stehen und zuhören, aber darf nicht eingreifen. Also, ja. Chopper Quartetts hier in Paleto? Hm. Wenn man aktiv die Maßnahme stört, präventivhaft. Ja. Wir fahren auf Distanz hinterher, wir wollen da nicht provozieren. So lange die einfach nur ihre Motorrad-Ausfahrt genießen und keinen Ärger machen, können die das so hochkippen. 539, sie kommen. Äh... Wie immer noch hier? Ja. Wir diskutieren jetzt eine halbe Stunde, weil der über zwei Stubstelle gefahren ist. Das ist überhaupt irgendwie... Es geht ums Prinzip. Ganz ehrlich, wenn du bei jeder polizeilichen Maßnahme mal so auf dein Recht erpichst, dann macht das ja gar keinen Spaß mehr. Also, für uns, mir ist es egal, aber für dich selber. Das ist doch ein gefrustetes Leben, oder nicht? 539, 20 Paleto, wäre so. Glaub ich Nash. Das heilige Maßnahmen habe ich mittlerweile durch meine angebrochenen Rippe-Erfahrung. Hm. Einen sehr negativen Beigeschmack, was das angeht. Deswegen frage ich den Leuten immer, möchten sie einen Supervisor haben? Dann können die das nämlich klären, dann muss ich die Scheiße nicht machen. Ja gut, bald bist du derjenige, der deswegen anfahren darf, ne? Hm. Ach, der beschwert sich, möchten sie einen Supervisor haben. Äh, ich weiß. Hi. Wunderschön. Na echt, ich habe mich ja auch 1000 Jahrhunderte nicht mehr gesehen. Heile durchscheiße. Ja, wie geht's so? Bestens. Das ist doch toll zu hören. Ich habe die Zeit gefunden, mal wieder in den Dienst zu kommen. Das ist super, ich habe meine erste Beschwerde jetzt heute endlich mal in der Backe. Echt? Ja, ich habe den Winston Ricks angehalten und der meinte, er hätte keine zwei Stoppschilder überfahren. Ich habe gesagt, es war dreist, weil er uns die ganze Zeit hinterher gefahren ist und habe gesagt, das kostet ihn jetzt 150 Dollar, der Spaß, den er sich da erlaubt hat. Ja, hat er nicht so eingesehen, Anwalt war nachher da, ich habe Supervisor hergeholt, riesiges Riggero für ein fucking Ticket von 150. Der wollte es auch am Anfang gar nicht bezahlen. Dann habe ich zu ihm gesagt, gut, dann sind so ein Haarrest, wenn sie es nicht bezahlen wollen. Dann wird jetzt die Strafe in Ersatzhaft umgewandelt. Boah, ich glaube, ich würde mir den ganzen Kram nicht mal, ne, ich, es hatte ja viel Zeit für sowas, aber, also ich muss an seiner Stelle, ich würde da nicht eingehen oder sowas. Ich würde das bezahlen, ich wäre eigentlich. Ja, ich habe zu dem gesagt, weil er immer mal diskutiert hat, habe ich mir einfach gesagt, ganz ehrlich, möchten Sie einen Supervisor haben. Ruh mich allein. Ja, und er formuliert, er musste trotzdem bezahlen, weil ich wusste, dass das es trotzdem bezahlt ist. Als angehender Sargent sollte man das wirklich wissen. Na gut. Ganz ehrlich, jetzt sehe ich diese Sargent-Sache nochmal mit ganz anderen Augen, David, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Überlegst du es dir nochmal? Ja, ich glaube, die drei ist es, da ist man gut, da ist man gut. Ganz ehrlich, da kann man sich eigentlich schon zurücklehnen und die Rente genießen. Ich bin zufrieden, dass der Beauty 2, das reicht mir. Ja, ich bin zufrieden als Rekruten. Ja. Von war. Wir müssen ja hier den Norden wieder in den Griff bekommen. Wir würden nicht fahren, würden wir den kranksten Potsauen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der Preis wert war, eine Verkehrskontrolle zu provozieren für eine scheiß Dienstnummer. Ja, echt. Was will der eigentlich für die Dienstnummer von dir? Warum will der die? Ja, keine Ahnung, der will die haben, der hat mich gefragt, ich habe gesagt, der hat versucht, in der Dings rauszufinden und ansonsten, ja. Hast du den SMS-Beweis? Äh, nee, da haben wir keine SMS drüber geschrieben. Das war ein persönliches Gespräch. Arie Becker hat gerade viel zu tun, ich rufe Trambley an. Nicht Gabriel Trambley. 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 Für Sie ein interessanter Zusatzzweck zu der Maßnahme eben, ne? Der, äh, Rekrut, äh, Phoenix, ne? Ja, Phoenix, sorry. Ähm, der kennt den Herr Ricks privat sehr gut, äh, anscheinend sind wir, ich weiß, dass wir bis heute vielleicht nicht mehr so gut befreundet, ähm, und, äh, der hat ihn anscheinend die ganze Zeit über seine Dienstnummer herausgefragt und, äh, das war anscheinend ein Gespräch, leider kein Beweis auf Schriftlich, sonst hätte ich das nachverfolgt, weil anscheinend hat, äh, David, hat David nämlich gesagt, ja, die gebe ich dir nicht, das müsstest du schon so nach dem Motto in der Maßnahme herausfinden und komischerweise ist der Herr Ricks dann die ganze Zeit uns hinterher gefahren und hat wahrscheinlich drauf gehofft, durch das Überstoppschnitt drüberfahren, dass wir die rausziehen. Die 539? Ja, 539 sind wir, ja. 539, hörst du, komm? Einmal send dir, komm, komm. Theoretisch ist das, äh, 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 539, hörst du, komm, 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 äh, äh, gezieltes Verursachen von, von Fraktaten, äh, äh, ne, ganz ehrlich, aber theoretisch, wenn er das, wenn er das Handy nicht wecknimmt, dann kann ich ihm doch auch Behinderung noch reinrücken, ne? Sehr wilde Geschichte. Äh, ich würd mich sonst nach hinten setzen, wenn das okay für sie ist. Mir ist das egal. Okay, ne, dann mach ich das besser, weil ich würd sonst gleich auch außer Dienst gehen tatsächlich. Ja. Ja. Ich geh eben mal aufs Kluschneid, ne? 539, 1030, Balito Beso. Ähm, ja, äh, nö, 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 ich, ähm, bin da sehr streng, das haben sie ja gemerkt aus dem einfachen Grund, weil ich den ihr auch gesagt habe, äh, ich diskutiere nicht darum, 150 Dollar entweder werden sie bezahlt oder sie sitzen die ab. Ja, bei mir war alles gut, 3-Jähriges war lustig, David hat einen Roller gewonnen. Ähm, das ist alles, äh, ja, wild hier. Was ist denn der Paragraphen mit diesem Anwalts-Kram? Check. Ja, aber wie kriegt ihr den Anwalt her, weil normalerweise darf er während der Mars sagen, wenn ich telefonieren. Ich würde die Lieber erst mal die wegnehmen, bevor ich den 1 über die Rübe haue. 5,18, 20, 10, 10, 10. Ja, okay. Ja, okay. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich so hochgekocht bin, wie der Sheriff gerade meinte. Ja gut, ich meine, kann halt so wirken, aber ich kenne dich, wenn du ausrastest, dann klingt das anders. Aha. Eigentlich stört mich, was die Leute glauben, ich wäre hochgekocht. Ich frage mich nur, woher wussten die, dass ich in der Nordstreife drin sitze? Weil ich arbeite im MAPD. Das ist halt so die Frage, die ich mir stelle, weil die werden nicht, also... Mich stört das gerade wirklich, dass die Leute denken, ich wäre da voll hochgekocht. Klar, ich war sauer, weil ich das schon ein bisschen dreist fand, für so eine dumme Aktion, der ist die VO auszuhebeln, das ist lebensgefährlich. Ich meine, alle sagen so, ach, ist doch nichts passiert, ist doch nichts passiert. Ja, es ist nichts passiert. Aber wenn dann was passiert, dann ist das Geheule nämlich wieder groß. Wie konnte das denn passieren? Die Leute beschweren sich immer nur, wenn schon was Schlimmes passiert ist, wenn schon irgendwelche Menschen verletzt oder gestorben worden, dann wird sich beschwert. Aber davor ist ja alles scheißegal. Und diese Denkweise hasse ich für die Scheiße. Ja. Ich habe eine Frage, wozu die Ahnung sind? Wohnungseinbruch, Westbucci Kanäle kommen. Wir haben den Dispatch an den Westbucci Kanälen anfahren, Zwecks Wohnungseinbruch. Trennung 417 für die Leitstelle kommen. Ich habe die Ahnung, Herr Stopp. Einmal den Dispatch an den Westbucci Kanälen anfahren, Zwecks Wohnungseinbruch. Trennung 410S für die Leitstelle kommen. Ja, du hast halt eine Ordnungswidrigkeit von 150 Dollar, die werden Berufung machen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob der Anwalt es soweit kommen lassen, weil der McCoy ist eigentlich ... Ja, eigentlich ist der ... Vielleicht wird McCoy wahrscheinlich sagen, so, ja, macht doch keinen Sinn. ... 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 Weiß ich nicht, die sind sowieso komplett zerschunden. Ja, die sind eingelassen, aber ist ja wahrscheinlich reingegriffen. Aber das Problem ist, er war ja glaube ich nicht der Einzige, der hier reingegriffen hat. Aber hier sind verschiedene Maschinen. Ich kann die mal auf die Spurenkarte auftragen. Nee, warte, geht voll. Ja, vielleicht sonst Vorschlag, Lackspuren von der Kasse nehmen. Sollte man jetzt irgendwen auffinden, der eine Brechstange dabei hat, wo Lackspuren dran sind, dass man die sonst abgleichen könnte. Ja, die Frage ist, wir haben ja nichts zu den Personen. Das ist das Problematische. Doch, wir haben zwei Personenbeschreibungen. Ja gut, aber die sind in den Laden gelaufen und haben sich umgezogen. Ja gut, da gehe ich mal von aus, wenn die schlau sind, machen die das. Ja gut, ich meine, Das, was wir haben, können wir trotzdem in die Analyse. Jo, schönen Abend. Jo, für Watch Command, komm. Hörst du, komm. Was ist denn? Frage, Status, komm. Da holzt du eigentlich, solche, so kurvig. Auch so einen kleinen Triggerfinger, ne? Äh, 502 oder 402, komm. Nee, irgendwie verrutscht die war die ganze Zeit. Ja, passiert. Wir schauen mal dahinten, die Kasse ist noch offen sogar. Die Mannerscharn. Ja, mal gucken. Ja, du hast Kommandant, äh, so mit und Watch Command enden. Ja, keine Chance. Aber guckt ihr alleine mal hier diese Kante an, ne? Von dem Münzfach, das ist halt komplett, komplett zerschunden einfach. Das ist aber bei allen. Das ist halt schwierig. Ich glaube, es ist so viele in Räumen, geben sie sich nicht mal Mühe, hier den Austausch zu tauschen. Ich hoffe, die kriegen wenigstens Geld von der Versicherung oder sowas. Ja, gut, das wahrscheinlich, aber... Wenn die Versicherung das hier absegnet, dann ist das deren Problem. Ja, außerdem wäre noch ein Betrag offen auf der Kasse. Ja, mega. Irgendwer nicht bezahlt, wahrscheinlich. Ja, schön. Ich küsse dir wieder, wenn wir gehen. 5.02, meldet. Wir haben hier eine regungslose Person an dieser Farm. Hm, mega. Äh, check in or in 10.20. Wir waren jetzt eins zusammen wieder, ne? Äh, ja. Äh, vom, vom, vom E-Tai-Way sind wir auf dieser Landstraße Richtung Westen. Kicken Sie mir mal das Landstraße an der Zukunft. Wird gemacht, Kurohärme. Fahrtcheck, 5171, unterschützten Sie. Zur Verifizierung, um jetzt nochmal gegen zu checken. Leblose Person, korrekt? Nein, reglose, nicht leblose. Reglose, gerade aktuell, nicht ansprechbar. Check, so mit. 5171, ist ja gut, Leute. 5171, wieder aktiv. Ja, links. Dann bei Maryweather vorbei. Was ja mal wieder hier auftanken. Ja, die Einheiten vor Ort. Bitte schön alle Handschuhe anziehen und wenn es da wirklich leblos ist, MD sich zu holen. Und erst dann den Abstand nehmen. MD ist kontaktiert. Die Person ist nicht leblos, sondern reglos. Das heißt, sie ist gerade nicht ansprechbar, bewusstlos. Das hört auch keiner zu, ne? Ja, verstehe ich auch nicht. 5-1-1-10-20, Wahlnotankstelle. Mal zuhören. Ja, echt. Beim ersten Mal kann ich verstehen, kann man, ne? Naja, aber nachdem es das erste Mal korrigiert wurde, also, ne? Ja. 5-1-1 wieder aktiv. E-5. 0-1-1-1-1-1-1-1-1. Du musst am Ende ins Davies oder MAPD? MAPD. Ok. Wann planen sie hier mit dem Außerdienst? Wann ich Außerdienst kehr? Ja so ungefähr. Absolut keine Ahnung, also am besten nicht mehr so lange. Ja da schließe ich mich an. Aber genau Uhrzeit habe ich tatsächlich nicht deswegen. Put your hands up. Ich wurde ja die Person vor einem Wildschwein eingegriffen. Kann sein. Oder das Wildschwein wollte erste Hilfe leisten. Man weiß es nicht. Aber hat sich drauf gelegt, hat die Person zu quetschen. Hm. Ja check. Aber in so einem Wildschwein würde ich mich jetzt auch nicht saubern. Weiß es, dass sie kein Startlos der regungslosen Person. Diese Person hat mehrere schwere Stichverletzungen. Nebensprechend nicht ansprechbar. Wir sind gerade am Versuchen... Warum fahren die uns jetzt hinterher? Weißen die Cops. Aktuell kein Puls und keine Atmung. Check. Haben sie schon mal so Reanimation? Reanimierung? Aber ja. So weit negativ. Die ganzen Versuche. Check. Ja. Ja. Ach Mensch ey. Erklär mir den Job fünfmal noch. Ich pack hier sowieso nichts anderes, was nicht zu mir gehört. Nicht mit Handschuhen an. Ja. Okay, aber manchen muss man wirklich alles tausendmal sagen, weil sonst machen die das nicht. Ne, das stimmt. Also ich kenne die Partners. Ich weiß nicht, die Leute können nicht eigenständig arbeiten. Hm. Also die fahren irgendwas an? Oder so was? Oder stehen die da? Die brauchen eine Anweisung. Nicht beim Standort. Ja. Ohne Anweisung machen die nichts. Dafür sind dann halt äh, Supervisor und sowas da, ne? Um halt sowas in den Griff zu kriegen, aber... Ja. Also ich weiß nicht, wenn man sich halt zum Kopf bewirbt, dann muss man doch... doch mit dem Gedanken eingehen, dass man auch selbstständig denken muss, oder? Ja. Das Erlernte einfach wiedergeben. Definitiv. Fünf eins eins für Watch Command kommt. Fünf eins eins, hört sich kommen. Ja, dann bitte einmal in, äh, Harmony und oder Dandy Schuss. Streifel sagt was. Ja, check somit, kommt. Watch Command Ende. Was für eine Insel sind die? Ja. Was für eine Insel sind die? Illusion Island, das ist, äh, unten am Hafen, ist das Cyprus Gelände, wo die, ähm, PD-Fahrzeuge meines Wissens nach auffoliert wurden. Wieso, da sind die? Ich dachte, die sind jetzt wirklich auf so einer, so einer Insel, wie im Norden es gibt, ne? Es gibt ja so kleinere Inseln. Ne, 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 alles gut. Ich dachte, was wollen die da mit in Washington? Ja, aber prüfen sie noch die letzte gemeldete Sichtung und es schmelze sich nachher. Wir suchen in Washington, vielleicht ist da rüber geschwommen. Ja, dachte ich mir gerade auch so, ne? Hab ich ja, hab ich ja, hab ich ja gedacht. War gut zu wissen, ne? Lange Auszeit macht noch nie so viel gut. Ja. Leitstätte für die 502, komm. Ja, die Leitstätte. Anrufzeitpunkt, der Safe Park Ranger, wann die Meldung reinkommt, von den Schweinen hier an den Mord, komm. Ja, check, die Leitstätte wird sich den melden, komm. Ja, check. 502 Ende. Die 1,60 hakt hier ein, der Anruf kam um 22.38 Uhr rein, komm. Haben wir somit, äh, 502 Ende. 504, aktiv. Check. 504, für Watch, kann man kommen? Da hört sich um. Ja, hier streichen wir bitte, dass es Palito Bay und Umgebung kommt. Äh, check, wir bestreichen Palito Bay und Umgebung kommt. Check, Watch, kann man enden. immer diese unnötigen stopp schilder schlimm ist nicht absolut auf irgendwelchen sandweg wo hier einmal pro jahr ein auto durchkommen warum da ein stopp schild aufstellt ja absolut keine ahnung vielleicht über den schienen aber na gut hat wohl sich jemand was dabei gedacht ja genau so wie ein paar lido hier mit 1000 stopp schildern und mehr auswählen links ist der schrott platz glaube ich na ok ja 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 und ja 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Schon mitbekommen hier mit der 0% irgendwie Toleranz oder sowas? Ja, habe ich vorhin gehört, aber eigentlich gilt das ja für das gesamte Szenario das Police Department, soweit ich weiß. Ja gut, ich weiß, ich kenne das schwarze Brett vom DCSO tatsächlich nicht deswegen. Entschuldigung, bitte was? Ich habe das gestern gelesen und weiß. Ist okay mit kurzen Steinbesitz, die Leute da hingehen, die können dann nach weiterfahren. Weiterfahren. Nahtrack, Brake, V1-3 für Leidenschaft. Hört, komm. Haben Sie Ihre Funksportion mitbekommen? Hat die V1-3 somit kommen? Nahtrack, übernehmen Sie dies. Leidenschaft. Schatz feiert, er meldet. Md, verfügbare Einheit in der Stadt. In der Stadt, ja. Ja. Aber Schatz feiert, Md? Für die V1-3 würde ich anfangen. Anfangen, komm. Ach. 417 für Leidenschaft. 10-3. 417 für Leidenschaft. Hatten wir irgendwas irgendwie der Auftrag oder sowas? Nein. Ja, okay. Tatschecker die Leidenschaft. Wird eine weitere Unterstützung benötigt worden? Ja. Check, die letzten Einheit, die sich gemeldet hat. Fangen Sie weiter an, Leidenschaft. 417 für 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 Leidenschaft. Leidenschaft, Sie will für die 412 kommen? Leidenschaft, wer hat sich? Äh, sollen wir uns dann den anderen Auftrag mit dem CSI-Van wieder annehmen, kommt? Ja? Ja, check, oder Sie spielen diese Räune? Ha, foires für Ende! 217 für Leidenschaft. 417 für Leidenschaft. 417 für Leidenschaft, Leidenschaft. 417 für Leidenschaft. 419 für Leidenschaft. 417 für Leidenschaft. 417 für Leidenschaft, wag governo. Was ist denn los mit dir? 5-2-0 aktiv. Ist am kränkeln, oh nö. Ich wünsche dir gute Besserung. Und da das nicht irgendwas Schlimmes wird. Bei mir ist es auch so warm. Entspannte 29 Grad hier drin. Ich kann das Fenster nicht aufmachen, weil ich habe hier Festtagsbeleuchtung an und dann kommen die Mücken rein. Und gerade, also momentan bin ich echt noch verschont geblieben von Mücken. Das ist, dass es tatsächlich aussieht eh keiner. Ja klar. Ich bin niemand, der nackt durch die Wohnung läuft tatsächlich. Überhaupt nicht mein Ding. Tschüss FD. Ich melde jetzt hier das MD ab und dann wupp wupp. Die Streithähne. Also die haben sich gestritten und dann kamen Schüsse? Also. Schreit dich auch immer mit. Mit einer Waffe. 1-34-10-30 für den. Typische Diskussion. Ja. Bestimmt so ne Diskussion mit dem Chef. Ja. Klar. Was? Ich krieg ne Gehaltskürzung? Bamm. Erstmal ne Schießerei im MD anfangen. Ja mega. Die Ärzte sind wenigstens in der Nähe. Also von daher. Tja. Alles unter Kontrolle. Ja. 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 Ich muss da weg mit auch den Stichs��. Die Stichs ist ja passiv. Was ist der Weg mit dem StichsFV in? Das ist der Weg mit auf den Stichsaivern und jetzt geht es in die Tür. Da ist eigentlich Nuk, äh Nuk drin. 4 1 3, ne. Dörte. Was? 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 Was ist denn 1040 Dörte? Was ist denn 1040 Dörte? Achso, diese Dörte wahrscheinlich. Ach, ah. Die haben den CSI ja für die Dörte... Ja, okay. Was haben die denn eingetragen? Da steht 1040 Dörte drin, deswegen... Hab ich kurz, äh... Mich gewundert. Also ich hoffe, die meine Dörte strecken. Ja, macht ja Sinn. Die wollten ja Spuren sichern, weil die... Person da... Ja, ne. Dann auf einmal von reglos zu leblos gewechselt ist. Ist das so? Ja, die hatte ja keine Atmung und keinen Puls mehr. Ja, aber haben die jetzt festgestellt, dass sie wirklich tot ist? Die haben Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Bislang negativ und ich hab nichts mehr Gegenteiliges gehört, also... Und das MD? Das MD war ja unterwegs. 511 und... 5.04 für Watt kann man kommen. 511 hört sie kommen. 5.04 hört sie kommen. 5.04 hört sie kommen. Hier wird Streifengebild wurden ausgelöst. Sie können den ganzen Norden bestreifen kommen. Check 5.04 hört sie kommen. 511 somit. Watt kann man der Ende. Ja. War sinnvoll. Ja. Weil zwei Streifen... Wär doch irgendwann mal hier langweilig, um Sandy da rumzufahren. Ich auch mal nach... Naja, eigentlich haben wir 4. Aber warum... Ne, 5. Wir haben 5 Streifen. Insgesamt oder BCSO? BCSO. 5.02. Hier mit... Ist beim Einsatz. Turner und Pointis. Die sind Dirt Track. Dann 511 sind wir. Dann... 517S ist eine Einzelstreife. 10.20 Dirt Track. Mit äh... Miss Taylor. Dann 530 ist eine Einzelstreife mit Kowalski. Die aktiv ist. Ähm... 5.04... Ist... Die andere Streife. Warum haben wir denn eine Einzelstreife? Also... Ja, ist erlaubt. Ist erlaubt? Ist erlaubt? Soweit ich irgendwie mitbekommen habe, ab Deputy 3 oder Officer 3 ist es erlaubt. Aber das steht dann irgendwo. Deswegen bin ich sehr skeptisch und ab 19 Uhr mache ich das in der Zweierstreife, ne? Ich weiß... Weil... Weil... Ich weiß... Bei mir kam das irgendwie auch merkwürdig. Ich hab gefragt. Einer meinte... Ja, ist erlaubt. Deswegen... Ja, okay. Macht das halt so. Ja. Ne... Aber ganz ehrlich, ab 19 Uhr glaube ich würde ich auch gar keine Einzelstreife mehr machen. Alleine aus Sicherheitsgründen. Weil wenn halt was passiert, ist man halt wirklich am Arsch. Das ist, sagen wir mal ein Verhältnis. Im Norden würde ich sagen, es geht nur von den ganzen Sachen, die ich so mitkriege. Ja, aber es kann halt trotzdem was passieren. Es kann immer was passieren, ja. Aber das kann ja auch um 15 Uhr passieren. War nie sicher von. Da muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Natürlich dann, ab 19 Uhr, wenn ich Einzelstreife habe, gehe ich vorsichtiger an irgendwas ran. Aber es sind meistens so Supervisorstreifen, die hinzugezogen werden zu irgendwas. Ja. Ich meine, dann macht es wieder Sinn, wenn es eine Supervisorstreife ist, die halt irgendwo hinzugezogen wird. Dann sind halt da vorher schon Officer. Aber, beziehungsweise Deputies. Aber, ja. Ja, Scare, es gab, glaube ich, eine oder zwei Wochen lang so, dass die Einzelstreifenpflicht verlängert wurde. Und jeder, ab Officer 1. Das habe ich auch gehört, irgendwie. Musste eine Einzelstreife besetzen, ja. Das heißt, wir hatten irgendwie 40 Streifen, die einzeln trugen wollen. Ja, aber warum? Und die wollten irgendwie testen, wie das aussieht, wie das an den Officer rüberkommt und was das für einen Sinn hat. Also, ich muss sagen, es ist nicht schlimm, weil, sagen wir mal, wenn wir in Paleto jetzt drei Einzelstreifen haben. In Sandy Shows wieder drei Einzelstreifen und in Harmony drei Einzelstreifen. Ja, gut. Dann hat man erstmal, ne, viel, viel Präsenz mit den Fahrzeugen, die man sieht. Mhm. Und die Streifen sind, sagen wir mal, richtig nah voneinander entfernt. Also, falls was einem passiert, sieht man, okay, der nächste Streifenwagen kommt an. Zwar nur mit einer Person. Aber das sind ja nicht die, die, sagen wir mal, den bösen hier macht. Mhm. Sobald ich den Streifenwagen sehe, gehe ich von zwei Personen aus. Na, eigentlich schon, ne. Oder von einer größeren Masse, wenn zum Beispiel mehrere Fahrzeuge ankommt. Also, ich fand das mit der Idee, das zu verlängern, eigentlich ganz gut. Vor allem im Norden, ne. Wir werden jetzt zeitlang wirklich kaum irgendwie Streifen. Und kaum irgendwie, dass irgendwas los war, deswegen dachte ich mir, ne, dachten wir uns bestimmt alle, ih, so kann man das einfach nicht verlängern. Also, ich fand die Idee schon. Ich hab die genossen. Die Einzelstreifen. Joa. Ja, tut mir leid, dass sie jetzt mit mir Vorlieb nehmen müssen, aber... Ne, ne, alles gut. Aber, sagen wir mal so, ist das was Neues, dann, das war auch was Schönes. Mhm. Aber irgendwann mal nach einer Zeit schlägt man ein, weil man hat ja niemanden. 5,007. Check. PSI von Royal 10, 301, das Wort. Check. 3,008. 7,007. 4,007. 4,007. 1,007. 5,007. 5,007. 4,007. 2,007. 5,004. 4,008. 4,007. Essen am Abend mit Deputies im Dienst, weiß ich nicht, um 2.08 Uhr oder so, und die meinten die Szenen in einer oder zwei Wochen um, aber das war auch schon ein oder zwei Monate her. Ob da rechts irgendwas nehmen? Mhm. Ich finde das gut im Laden, wenn man fährt, kann man einen Zwischenstopp machen, das ist das richtig teuer bei denen, manche Gerichte, aber es ist schön dort, auch schön zu sitzen dort. Du weißt, wer es war. Ein Partybus? War das? Das stand glaube ich ein Partybus oder sowas. Ja gut, das ist der Tourbus von LST. Oder der Tourbus oder sowas. Hat auf jeden Fall viel LED drauf. Mhm. Die Einheiten, Einfahrt, Farn, Handy Shores, CSI, jetzt. Ich will das mal besser mit CSI. Ich hab nichts verstanden bei dem Punkt, ja? Nö. Irgendwas mit CSI und keine Ahnung. Handy Shores, irgendwas. Ja. Ja. E-Lernet-Diff, Track, für Watkerman kommen. Ja. Ja. Benötigen Sie noch alle Einheiten vor Ort oder können welche abgestellt werden kommen? Ja, negativ. Ja. Ja. Wenn die Einheiten entfernt werden können, einmal auf die Mail kommen. Buss war der Autos Teilen. Ja? Ah, die 412 war aktiv. Komm. Ja. Ja. Ja, die 413 wird aktiv. der einsatz von dem todesfall ist nicht an der dördstrecke sondern nördlich von der range ok dann haben wir es jetzt hundertprozentig bewiesen dass es wirklich eine leblose person ist ich weiß nicht wie ich reagieren würde wenn ich jetzt wirklich eine sagen wir mal eine leichte finden würde ja weiß ich auch nicht ich glaube kommt kommt auf die situation an und wahrscheinlich wie also wenn man die person kennt das sowieso noch was anderes aber wie die person zugerichtet ist noch erstens da ist zweitens wieder für wesungsstatus ja gut das ist halt auch noch mal das war gruselig so was zu finden weil man einem ort den man das nicht erwartet oder so hier wurde ich immer mal überfahren im dezember oder sowas durch eingepackt so zu sagen nirgendwo sicher anfangszeit ich hatte palito wird ein bisschen abgelegener ruhiger wenig verkehr wenige personen und dann kommt so was kann was von irgendwelche leute aus der stadt hier oben ist ja auch schon die ein oder andere sache passiert wurde ich einmal als ich noch bus gefahren bin einfach wurde ich verfolgt von zwei fahrzeugen die standen vorher irgendwie mit acht mann auf der kreuzung und haben mich dann dann angeschrien wegen irgendwas und dann bin ich halt habe ich zurückgesetzt und bin dann halt weggefahren und dann haben die sich in die autos gesetzt hinterher auch eine wilde geschichte muss man aufpassen viele sind auch gewalt potenzial wir waren nicht eingepackt wurde die haben gefragt ob der wagen hinter uns der auf dem highway einfach in irgendwelche richtung fuhr ob du zu mir gehört ich meine nein die haben trotzdem auf ihn geschossen die haben den so zerschossen dass er von der fahrbahn abkam und den ganzen abhang da runter gefahren ist ok wird das war hier auf dem highway richtung sann die dann oder beziehungsweise richtung rapstein steht hier meistens immer geparkte wagen mindestens stand er immer auf diesem hotel gelände ich bin nicht mehr da Vielen Dank. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch so eine schöne Rundfahrt über Grape Seat Sandy. Und dann fahren wir in eine langsame Richtung Stadt. Der Sider-Glucht hält sich um, weil ich mache es ja ein Feierabend. Jo. Klingt noch ein Plan. Ich habe echt das Gefühl, dass ich in letzter Zeit mehr im Nordenstreifen fahre, als in der Stadt. Hast du das so gewollt, oder? Eigentlich nicht. Aber ich werde halt zugeteilt. Und ich meine, wenn ich dem Norden zugeteilt werde, dann bin ich halt im Norden. Aber ich muss sagen, dadurch bin ich auch irgendwie am überlegen, ob ein Wechsel vielleicht Sinn macht. Aber naja, mal schauen. Jetzt sehen sie am besten dem Pain nichts davon, weil sonst geht der ab. Ja gut, ich höre überlegt nach dem Wechsel nach Richtung Davis oder sowas. Ja, Davis ist schön. Einfach um mehr Erfahrungen zu sammeln. Ich muss sagen, zum Erfahrungen sammeln ist die Stadt halt mega. So, und ich bin eigentlich auch eher ein Stadtkind. Deshalb, naja. Ich muss dazu sagen, dass ich mich im Norden tatsächlich weniger auskenne. Vor allem, weil man halt weniger Anhaltspunkte hat, aber ja, mal schauen. Vor allem arbeiten halt einfach sehr, sehr viele Leute, mit denen ich früher viel Kontakt hatte, einfach hier oben. Ja, wenn du vom Bus unternehmen kannst, dann sowieso. Ja. Ich höre mal so, da kommt der nächste Busfahrer zu uns. Hat irgendwann mal aufgehört, weil das PD und Academy irgendwie zusammengeführt wurde irgendwie. Mhm. Aber davor hieß es immer so. Bei dem Streifen war ich da vorne alle, wo die Gruppe war. Okay, nee, braucht ihr Hilfe, oder? Ja, jetzt muss ich lieber, oder so. Die Person ist auch nur zu schlecht gefahren mit 68. Ja, 412 mit einer 426. Gut, dann lass mal tanken und dann gehe ich jetzt raus, glaube ich. Ja. Ja. Hast du durchfunkt, dass sie 10.30 sind? Ja, ja, mache ich. Fünfmal ist eins 10.30, Grabsie-Tankstelle. Check. Hau-die-Luke. Ja, 412 mit einer aktiven 10.60, fährt jetzt Richtung Süden. Mega. Oh nein. Achso, ja, okay, das ist weit entfernt. Dann bin ich gleich wieder da. Ja, passt gleich. Er fährt Richtung Süden. Ja, ich glaube, die ist gleich an der Unterführung. Ja, ich glaube, die ist im Süden. 5.30 anschließend. Fahren an Bennys vorbei, haben Bennys passiert. Immer noch Richtung Süden flüchtig. Ach, hier. Ja, wenn sie das D-Camp machen wollen, ich kann weiterfugeln. Ja, check. Ja, wir fahren weiter Richtung Süden. Wir sind jetzt parallel zum J-Best-Pidi an der Mega-Moi vorbei. Wir fahren weiter jetzt Barbershop vorbei. Fahrzeug wird ein bisschen langsamer. Wir biegen jetzt Richtung Süden ab. Fährt jetzt wahrscheinlich leicht hier lang. Wir fahren weiter Richtung Süden. Wir biegen Richtung Westen ab. Nein, okay. Oh nein. Wir fahren weiter Richtung Osten. Ja, es liegt hier mit 81 APH. Ja, verstanden. Machen Sie ruhig noch ein Zweigpunkt weiter für Sie. Wir biegen hinter den Projects Richtung Norden ab. Wir biegen wieder Richtung Westen ab. Wir sind jetzt auf der Hauptstraße Davis. Wir fahren weiter. Wir fahren jetzt parallel zur Blue-Chap Richtung Davis-Pidi. Onkel Rancher-Barbecue. Ach nein, hier. Jamestown. Wir fahren weiter. Ach. Richtung Norden. Wir fahren immer noch Richtung Norden. Wir biegen ab. Wir sind jetzt am Davis-Pidi. Korrektur. Wir biegen doch Richtung Norden ab. Wir fahren jetzt auf der Stadtzentrum wieder zu. Auf der Hinterstraße. Ja, wir fahren weiter Richtung MR-Pidi. Nein, wir biegen vorher ab. Wir biegen Richtung Norden ab. Wir sind jetzt Davis-MD. 5 und 1 aktiv. 5 und 1 aktiv. 5 und 1 aktiv. 5 und 1 aktiv. Drop. Sorry, Tankstelle weitergefahren. Fahrzeug fährt in eine Gasse. Um die Gasse vom Vanilla Unicorn. Fährt aus der Vorderseite wieder raus. Gasse verlassen. Wir sind jetzt in Unterführung beim Vanilla Unicorn. Wir fahren weiter Richtung Norden. Gleich auf den Stadtpark zu. Ja, das ist ein Lassregel im Stadtpark. Wir fahren weiter. Das wäre ein Langsatz. Machen die Tour de PD oder was machen die? Keine Ahnung. Was haben wir für ein Fahrzeug? Irgendwas, was vor einem STS, äh mein Gott STX und einem Buffalo S wegkommt. Also die auf Trab hält auf jeden Fall, ist nicht langsam. Ab bei der Trankstelle Lamesa PD, Fahrzeug kommt zu. Telefoniert, wird flüchtig? Ja, vor Unfall. Na gut. Die Person wurde vom Schreibenwagen, glaube ich, angefahren oder angesprochen? Mega. Ja. Warum nicht, ne? Meinsatz ein bisschen effektiv nutzen. Ja, echt mal. Ich weiß nicht, ob das... Pitten von Fahrzeugen ist ja nicht erlaubt, von Menschen war nie die Rede. Ich weiß nicht, ob da so ein Pit von einem Alarm überstehen würde. Ich habe vorhin mit Payne darüber gesprochen, einen Rollerfahrer mit einem Karakara zu pitten. Ach ja, das geht immer. Wäre das nicht einfacher, wenn man neben dem fährt und einfach die Tür dann aufkommt? Ich dachte so an Drive-By-Tasern vielleicht. Ach so. Ja, ist schwierig, ne? Weil da kann der sich ja wenigstens nicht wehren oder so. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ja, aber soll der es nicht mehr? Bei einer geringen Geschwindigkeit würde ich die Tür aufmachen oder sowas. Entweder besser gegen die Tür oder besser gegen die Tür. Ja. 530 für WatchCommand.com Da er wieder hier ist, was ist Phil dieses Mal angestellt? Äh... Weiß nicht, was Phil angestellt hat. 530 für WatchCommand.com Ich weiß, dass der im Indy liegt. 530. Bei einer, dass in Ordnung kommt. Ja, so korrekt. Verkehrsüberwachung. Kreuzung Route 68. Südnichtportplan.com Check. WatchCommand.com Auf die Musikhörn! Hallo. Das ist er? Sa. Ja. Ja. Ich muss die Musik hören. Die Dänder gemacht hier auf dem Gelände. War das? Links auf dem Gelände. Achso, gestern war Fire. Dreijähriges. Die haben die Scooter-Buster ausgesucht. Die Feier war wirklich cool. Es gab 78 Gewinne bei einer Tombola. 78? Wurde man gewinnen? Hauptsächlich Gutscheine von Unternehmen, die gespondert wurden. Aber auch größere Sachen wie ein Shaman beispielsweise, das war der Hauptpreis. Oder ein Roller. Eine Faggio-Mod. Die habe ich gewonnen. Aber ja. 511 10, 20 MRPD. Die 256 löst sich von der 511. Gut, dann vielen Dank für die Streife. Ja, Sie auch. Und bis zum nächsten Mal würde ich mal sagen. Ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. 511 überführt. Rechung Valido ist auf. Check. 212 überführt. 1 bis 1 bis 2 bis 2 bis 2 bis 2. 6 bis 0. 2 bis 9. Hat der mich jetzt einfach hier reingeschoben, oder was? Ja, frisch. Frisch, frisch, frisch. Irgendwas an Ausbildung. Zufälligerweise Verkehrskontrolle oder so. Nein. Enttäuscht. So. 256 meldet sich ab. Ah, nö, 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 umziehzeit ist noch. Nein, tu nicht. Okay. Okay. Ich habe es nicht mehr. So. I had none. So. Was ist das eigentlich? Ach, das ist das Ding. Ja, moin. Was ist das? Ist das? Very nice. Viel zu warm dafür. So, ausgestempelt. Wieder 4 Stunden, nicht eingestempelt. Perfekto. Noch irgendwas dabei. Dürfte eigentlich nicht. Ne. Ach, Mann, ey. Au, müde. Reicht jetzt auch echt, muss ich sagen. Reicht jetzt. Reicht jetzt. Ich sehe schon morgen wieder drei Akten oder so, wo ich eine Aussage zu schreiben habe. Ach, mega. Aber hey. Ach, ich wollte das Auto nach dem Dienst mit... Ne, egal. Egal. So. Ja, wundervoll. Wir müssen bald wirklich wieder einkaufen gehen. Gar kein Bock. So. Liebe Leute. Wir machen ein Ende für euch. Nein, hier. So. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht vor allem. Wir sehen uns, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht morgen wieder. Mal gucken. Morgen sehr wahrscheinlich EC, aber ich weiß nicht, ob ich einen Stream anschmeiß. Mal schauen. Mal gucken. Habt noch Schönen Abend Haut rein Bis dann Und ciao